Hallo und guten Tag, ich möchte euch und Sie herzlich zu unserer Veranstaltung Ungleichheit überwinden, Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen, begrüßen und zwar auch im Namen von FENRO, dem Verband Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe. Ich bin Carsta Neuenroth, Co-Sprecherin der FENRO-Arbeitsgruppe Gender und Gender-Referentin bei Brot für die Welt und ich werde die Veranstaltung moderieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir einen Beitrag haben, der auf Englisch ist, wenn sie oder ihr also Übersetzung benötigt, dann ist jetzt noch im Moment Zeit, um sich die entsprechenden Geräte zu besorgen. Die Ungleichheit zwischen Menschen nimmt beständig zu und belastet zunehmend unsere Gesellschaften. Es handelt sich dabei um ein weltweites Phänomen. Der Abbau von Ungleichheit steht deshalb auf der nationalen und internationalen Agenda der Politik. Wir wollen heute aufzeigen, wie Ungleichheit wirkt und was getan werden kann, um sie abzubauen. Wir wollen ebenfalls aufzeigen, dass die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit ein Weg darstellt, um Ungleichheit zu überwinden. Die heutige Veranstaltung findet in zwei Runden statt. Die erste Runde befasst sich mit Ungleichheit im Allgemeinen, während sich die zweite Runde besonders mit der Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit befasst. In der ersten Runde werden wir drei Beiträge zum Thema hören. Danach gibt es die Möglichkeit, Fragen zu beantworten oder auch Kommentare zu machen. Dafür sind Zettel verteilt worden. Wenn ihr und sie also eine Frage habt oder einen Kommentar machen möchtet, dann schreibt das bitte auf und bringt uns den Zettel hier vorne hin in dem Moment, wenn ihr die Frage habt oder den Kommentar. Dann können wir das nach den ersten drei Beiträgen aufgreifen. Nach der ersten Runde gibt es dann die zweite ebenfalls mit drei Beiträgen und der Möglichkeit, einige Fragen zu beantworten oder Kommentare zu machen. Bevor wir mit der ersten Runde beginnen, möchte ich unsere Panelistinnen vorstellen und zwar in der Reihenfolge, die sie auch mit ihren Vorträgen haben werden. Zu meiner Rechten begrüße ich Tobias Hausschild. Er ist Politikwissenschaftler und seit 2006 Referent für Entwicklungsfinanzierung bei Oxfam. Er ist Co-Sprecher der Fenro AG Globale Strukturpolitik. Seine Arbeitsschwerpunkte sind soziale Ungleichheit, Steuergerechtigkeit, Entwicklungszusammenarbeit mit Fokus auf Gesundheit und Bildung. Bevor er zu Oxfam kam, arbeitete er bei Beat und bei Invent. Er ist unser erster Referent und wird in das Thema Ungleichheit einführen. Neben ihnen sitzt Katja Karger. Sie studierte Philosophie und Kulturwissenschaften und ist außerdem gelernte Industriekauffrau. Seit Dezember 2013 ist sie Vorsitzende des DGB Hamburg und die erste Frau, die an der Spitze der Hamburger Gewerkschaften steht. Ihre gewerkschaftliche Karriere begann in den 90er Jahren bei dem Privatradiosender FFN in Hannover, wo sie in den Betriebsrat gewählt wurde und Mitglied in der Tarifkommission des privaten Rundfunks war. Für Schlagzeilen sorgte sie, als sie 1998 als Beschäftigte bei der Internetagentur Pixelpark AG in Berlin den ersten Betriebsrat der New Economy mitbegründete. Es schloss sich die Tätigkeit als Gewerkschaftssekretärin im Berliner Büro eines Verdi-Projekts für Medienschaffende an. Frau Karger wird heute einen Input geben über Strategien zur Überwindung von Ungleichheit in Deutschland. A special welcome to Dr. Agnes Aboum. Agnes Aboum hat Geschichte und Entwicklungspolitik studiert und ist Pfarrerin der anglikanischen Kirche in Kenia. Dort gründete sie die Beratungsorganisation TAPCO Research and Development Consultants, die sie auch leitet. Weiterhin gründete sie BICOM, das Building Eastern Africa Community Network, ein glaubensorientiertes Netzwerk. Agnes Aboum ist Präsidentin des Zentralkomitees des Ökumenischen Rats der Kirchen. Dort repräsentiert sie die anglische Kirche von Kenia. Außerdem ist sie führendes Mitglied im Christlichen Rat der Kirchen von Kenia und engagiert sich in zahlreichen weiteren Initiativen und Organisationen in der ökumenischen Bewegung und Friedensarbeit ist ihr ein besonderes Anliegen. Agnes Aboum befasst sich in ihrem Beitrag mit Ungleichheit und ihren Wirkungen in Entwicklungsländern und der Herausforderungen für den globalen Süden. Ihr Vortrag wird auf Englisch sein. Das sind die drei Inputgebenden für die erste Runde, aber die Vorstellung schließt jetzt auch die Mitglieder der zweiten Runde ein. Und ich begrüße Cornelia Kreischer. Sie ist Diplomkauffrau und hat auf nationaler und internationaler Ebene Führungstätigkeiten in der Konsumgüterindustrie durchgeführt. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin in einem amerikanischen Konzern tätig. Seit ihrer Studienzeit ist sie Aktivistin für Frauenrechte. So ist sie Mitinitiatorin und Mitgründerin von verschiedenen Frauenprojekten und Initiativen. Seit zwei Jahren ist sie ehrenamtlich als erste Vorsitzende für den Landesfrauenrat Hamburg, dem Dachverband für über 60 Frauenverbände aktiv. Sie spricht heute über das politische Empowerment von Frauen und Mädchen. Weiterhin begrüße ich Professor Dr. H.C. Christa Ranzio-Plath. Sie ist Juristin und Vorsitzende des Marie-Schleif-Vereins, einer NGO, die sich für das wirtschaftliche Empowerment von Frauen in Entwicklungsländern einsetzt. Sie ist Vorsitzende von RANEP, dem Hamburger Rat für nachhaltige Entwicklungspolitik. Außerdem war sie zehn Jahre stellvertretende Vorsitzende von FENRO und Abgeordnete im Europaparlament. Veröffentlicht hat sie zahlreiche Artikel und Bücher zu Geschlechtergerechtigkeit, Europa und Entwicklungsländern. Frau Ranzio-Plath wird sich in ihrem Beitrag mit dem ökonomischen Empowerment von Frauen und Mädchen befassen. Last but not least begrüße ich Portia Safo. Sie ist Völkerrechtlerin, wurde in Ghana geboren und ist in Hamburg aufgewachsen. Derzeit arbeitet sie als interkulturelle Mediatorin sowie als Beraterin für Organisationsentwicklung, Menschenrechte und internationale Zusammenarbeit. Sie war für nichtstaatliche internationale Organisationen und die Vereinten Nationen tätig und engagiert sich bei Migrantinnen-Selbsthilfeorganisationen. Selbstorganisationen. Seit 2015 ist sie im Vorstand des Eine-Welt-Netzwerks Hamburg aktiv, aktuell als Vorsitzende und sie setzt sich insbesondere für den interkulturellen Dialog ein. Als Gründerin von WeSelf setzt sie sich für die Rechte und das Empowerment von jungen Frauen und Mädchen ein. Sie wird heute zur Rolle der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit sprechen. Soweit also unser Panel und ich hoffe, es wird eine interessante Veranstaltung und eine interessante Diskussion und hiermit gebe ich das Wort an unseren ersten Referenten Tobias Horsche. Ja, vielen Dank. Wenn wir über Ungleichheit sprechen, dann sprechen wir über ein Kernproblem unserer Zeit, über ein Kernproblem des 21. Jahrhunderts, speziell Einkommens- und Vermögensungleichheit ist etwas, was eigentlich von vielen Seiten mittlerweile als Problem anerkannt wird. Es spiegelt sich wieder in den nachhaltigen Entwicklungszielen. Es gab vorher die Millennium-Entwicklungsziele, da war von Ungleichheit eigentlich nie die Rede. Wir haben jetzt die Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele, wo es auch um die Bekämpfung von Ungleichheit gehen soll. Auch internationale Organisationen befassen sich eigentlich immer stärker mit diesem Thema oder haben zumindest stärker auf dem Schirm, dass das Ganze ein Problem ist. Es gibt Äußerungen vom Internationalen Währungsfonds, der sagt, dass das zunehmend ein Problem wird. Auch von Seiten der OECD werden derartige Äußerungen getätigt. Sogar die G20 haben vor zwei Jahren in ihrem Kommuniqué schon einmal angedeutet, dass die derzeitige Ungleichheit ein wirkliches Problem unserer Zeit ist und angegangen werden muss. Die Frage der Lösung, das ist nochmal was ganz anderes, aber darauf werden wir später in diesem Panel ja noch zu sprechen kommen. Auch als Zivilgesellschaft rückt das Thema eigentlich immer stärker in den Vordergrund. Sowohl für Fendro als auch für uns als Oxfam ist es so, dass wir uns viel stärker mit diesem Thema beschäftigen als noch zuvor. Wir haben dazu seit 2014 eine Kampagne, die heißt im Englischen Even it up, im Deutschen besser gleich, schließt die Lücke zwischen Arm und Reich. Und einer der Höhepunkte dieser Kampagne ist eigentlich immer jedes Jahr das Weltwirtschaftsforum in Davos, wo wir auch darstellen wollen, wie denn eigentlich die derzeitigen Ausmaße von internationaler Ungleichheit ist. Und eines der wichtigen oder einer der wichtigen Anknüpfungspunkte für uns ist als Entwicklungsorganisation, dass wir natürlich für eine gerechte Welt ohne Armut sind und wir auch wissen, dass wirklich effektive Armutsbekämpfung nur dann gelingen kann, wenn wir auch wirklich soziale Ungleichheit bekämpfen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass wir planetarische Grenzen haben und dass es gilt, Verteilungsgerechtigkeit zu schaffen in einer Welt knapper Ressourcen. Einige werden diese Zahlen, die wir da veröffentlicht haben, vielleicht schon mal gehört haben. Wir haben auf Basis von Zahlen des Credit Suisse Vermögensreports, die Credit Suisse gibt jedes Jahr einen Report raus zur weltweiten Vermögensverteilung. Er rechnet, dass acht Menschen, also die acht reichsten Menschen der Welt, alles Männer, also so viele Menschen wie in eine Luxuslimousine passen, genauso viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das sind ungefähr 3,6 Milliarden Menschen. Um das in einem anderen Kontext nochmal zu bringen, ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt mehr als die restlichen 99 Prozent. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben das in den letzten Jahren regelmäßig getan, dann kann man feststellen, dass die Zahl derjenigen, die so viel haben wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, eigentlich immer kleiner wird. Das war vor ein paar Jahren mal 62, jetzt sind wir mittlerweile bei acht. Wenn wir über Ungleichheit sprechen, Einkommens- und Vermögensungleichheit, dann kann man sagen, das ist tatsächlich ein weltweiter Trend. Sieben von zehn Menschen weltweit leben in Ländern, in denen die Ungleichheit steigt. Das ist zum Beispiel auch ein großes Phänomen in den G20-Ländern. Also nur in vier G20-Ländern, das sind Brasilien, Mexiko, Argentinien und Südkorea, ist die Ungleichheit in den vergangenen 20 Jahren nicht gestiegen. Wobei man natürlich sagen muss, dass gerade in lateinamerikanischen Ländern die Ungleichheit immer noch auf einem sehr hohen Niveau verharrt. Wir haben auch festgestellt, dass in Europa Ungleichheit ein immer größeres Problem geworden ist in den letzten Jahren, infolge der Krisen, die hier zu beobachten waren und insofern dieses Phänomen auch in Europa immer stärker wird. Wenn wir darüber sprechen, in der Öffentlichkeit werden wir häufig gefragt, was ist denn da eigentlich das Problem? Die extreme Armut sinkt doch. Tatsächlich ist es ja so, dass die extreme Armut, wenn man jetzt diesen reinen Indikator der Weltbank nimmt, in den letzten 20 Jahren tatsächlich gesunken ist. Aber zum einen ist es natürlich so, dass dieser Armutsindikator, der liegt bei ungefähr 1,90 Dollar, die ein Mensch am Tag verdient oder zur Verfügung hat, dass auch das kein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Und zum anderen ist es so, dass selbst wenn man diesen Indikator anlegt, wir immer noch in einer Welt leben, wo 700 bis 800 Millionen Menschen eben in extremer Armut leben, wo 300.000 Frauen jährlich an den Folgen von in der Schwangerschaft sterben oder während der Geburt und 120 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen können. Wir wissen, dass wir heute bei diesen ganzen Indikatoren bei der Armutsbekämpfung viel, viel weiter sein könnten, wenn nicht die soziale Ungleichheit in so vielen Ländern so stark gestiegen wäre. Es gibt dazu Studien, die besagen, okay, die soziale Ungleichheit, die könnte, wenn sie nicht gestiegen wäre, wäre die Armutsquote heute bereits um zwei Drittel niedriger. Und es gibt auch Projektionen der Weltbank, die sagen, okay, wenn wir, wie das in den SDGs vorgesehen ist, wenn wir bis zum Jahr 2030 wirklich die Armut besiegen wollen, dann müssen wir tatsächlich auch die soziale Ungleichheit bekämpfen. Denn wenn sie nicht bekämpft, dann haben wir auch im Jahr 2030 immer noch ungefähr 500 Millionen Menschen, die in extremer Armut leben. Was sind aus unserer Sicht die Ursachen dafür, dass die Ressourcen weltweit ungleich verteilt sind? Zum einen kann man feststellen, es gibt immer noch einen sehr deutlichen Marktglauben, Marktglaube, der darauf setzt, dass Privatisierungen zum Beispiel sehr hilfreich sind, zum Beispiel auch Privatisierungen im Gesundheits-, Bildungs- oder Wasserversorgungsbereich. Und dazu kann man nur sagen, dass gerade solche Privatisierungen natürlich meistens auch mit oder häufig auch mit Gebühren verbunden sind, die insbesondere dann für die Ärmsten unerschwinglich werden und insofern zu sozialer Ungleichheit beitragen. Ansonsten, und ich meine, das kann man jetzt beim G20-Gipfel wiedersehen, ist diese Frage von Wachstum eigentlich völlig ungeklärt, beziehungsweise wird nicht infrage gestellt. Also man geht davon aus, dass es einen gewissen Trickle-Down-Effekt gibt, also man hat Wachstum und das kommt dann allen in gleichem Maße zugute. Und die Statistik zeigt, dass es eben überhaupt nicht so ist. Also man kann sagen, dass seit dem Jahr 2000 diese Wachstumsgewinne völlig ungleich verteilt sind, nämlich insofern, als dass nur ein Prozent der gesamten weltweiten Vermögensgewinne an die untere Hälfte der Weltbevölkerung ging, also die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, und die Hälfte aller Gewinne ging an das reichste Prozent. Insofern ist dieser Ansatz zu sagen, Wachstum kommt allen zugute, völlig verfehlt. Das andere ist eine vielgeleitete Unternehmenspolitik. Wir haben eine immer stärkere Konzentration auf den sogenannten Shareholder Value, wo gesagt wird, wir müssen vor allen Dingen für die Anteilseigner attraktiv sein, wir müssen möglichst hohe Dividenden ausschütten. Es gibt dazu Statistiken, zum Beispiel aus Großbritannien, wo gesagt wird, wir hatten 1970 10 Prozent der Gewinne, die dort ausgeschüttet wurden, mittlerweile sind es 70 Prozent. Das sind natürlich Gelder, die da nicht für Löhne zur Verfügung stehen, das sind Gelder, die nicht für Investitionen zur Verfügung stehen, zum Beispiel zum Schaffen neuer Jobs. Was dazu führt, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich, weil die Anteilseigner sind ja nun in den meisten Fällen tatsächlich auch eher Vermögende, dass sich diese Kluft zwischen Arm und Reich weiter vertieft. Ich will noch auf einen dritten Bereich zu sprechen kommen und das ist die internationale Steuerpolitik. Auch hier gibt es großen Handlungsbedarf. Also zum einen ist es so, dass wir einen Rückgang sogenannter progressiver Steuern gesehen haben. Das heißt, früher gab es in viel stärkerem Maße, auch zum Beispiel in Deutschland, Vermögenssteuern oder eine stärkere Besteuerung von Reichtum. Das gibt es heutzutage nicht mehr in dieser Art und Weise. Auch in Ländern des globalen Südens wurde verstärkt auf Konsum- und Mehrwertsteuern gesetzt. Die sind für alle gleich, betreffen aber natürlich ärmere Bevölkerungsteile viel stärker als reichere Bevölkerungsteile. Und insofern ist auch das was, was die soziale Ungleichheit sehr stark befördert hat. Ein weiterer Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist die Frage, warum die Politik es eigentlich Konzernen und Superreichen erlaubt, sich aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu stehlen und ihnen durch ein System von Steueroasen ermöglicht, sozusagen den Gesellschaften den fairen Anteil, den sie eigentlich zahlen müssten, vorzuenthalten. Wenn wir uns die internationale Konzernlandschaft ansehen, dann sehen wir, dass 90 Prozent der 200 größten Konzerne Ableger in Steueroasen haben. Und wir wissen, dass zum Beispiel Entwicklungsländern im Jahr 100 Milliarden, mindestens 100 Milliarden US-Dollar, das ist eine eher konservative Schätzung, an Einnahmen verloren gehen, eben durch die Vermeidung von Steuern durch Konzerne. Um das auch am Beispiel Kenia mal klar zu machen, also Kenia alleine verliert dadurch im Jahr 1,1, noch Schätzung, 1,1 Milliarden US-Dollar. Das ist das Doppelte des nationalen Gesundheitsbudgets. Also wir sprechen hier von unglaublichen Ausmaßen für einen Wegfall von Geldern, der wirklich auch in die Bekämpfung sozialer Ungleichheit investiert werden könnte. Für Investitionen zum Beispiel in Gesundheit, in Bildung und etwas, was wir auf jeden Fall angehen müssen. Wie das Ganze dann zum Reichtum beiträgt, das will ich vielleicht noch an einem abschließenden Beispiel klar machen. Also der zweitreichste Mensch der Welt ist Amancio Otega. Amancio Otega ist Chef des Konzerns Inditex, zu dem auch Sarah gehört, die bekannte Textilkette. Sarah ist dafür bekannt und da gab es im letzten Jahr einen sehr großen Bericht für seine Steuervermeidung. Also hat allein, glaube ich, in Europa im letzten Jahr nach einem Bericht ungefähr 600 Millionen Euro auf, sagen wir mal, illegitime Weise an Steuern vermieden. Gleichzeitig wissen wir, dass die Arbeitsbedingungen gerade bei Textilfirmen in der Lieferkette sehr schlecht sind, dass da teilweise Hungerlöhne gezahlt werden und wenn man das jetzt in Kontrast setzt zu diesem Reichtum, der dann auf der anderen Seite entsteht, dann ist auch klar, wo eigentlich Ansatzpunkte sein müssten und die müssen ganz klar liegen in einer gerechten Lohnpolitik, in einer gerechten Steuerpolitik, damit wir tatsächlich die soziale Ungleichheit stärker bekämpfen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias Hausschild, für diese Einführung, die, denke ich, sehr deutlich gemacht hat, mit welcher Dimension oder welchen Dimensionen von Ungleichheit wir es zu tun haben. Was können wir dagegen tun? Ich gebe das Wort an Frau Karger, die uns einen Input geben wird über Strategien zur Überwindung von Ungleichheit zunächst hier in Deutschland. Frau Karger. Wunderbar, vielen Dank. Tobias hat das Stichwort eigentlich schon genannt und das ist natürlich herzlichen Dank. Das ganze Thema Lohngerechtigkeit ist natürlich das oder der Dreh- und Angelpunkt. Und ich möchte mich heute an dieser Stelle mit meinem Input fokussieren, auf der einen Seite auf den Bereich der Erwerbstätigkeit, weil die natürlich ein ganz maßgeblicher Punkt ist, um überhaupt soziale Teilhabe zu haben oder die einfordern zu können und gleichzeitig auch das die Grundlage schafft, um überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit herzustellen. Und zweiter Fokussierungspunkt ist natürlich, weil das ist auch Titel dieser Veranstaltung, die Geschlechtergerechtigkeit. Da auch nochmal zu thematisieren, die Gleichstellung von Mann und Frau. Das eine ist, glaube ich, tatsächlich, auch das ist bei Tobias schon angeklungen, das Wesentliche ist die Einkommensgerechtigkeit. Und wir haben alleine in Deutschland noch die Situation, dass von den Menschen, die erwerbstätig sind oder sein könnten, über 80 Prozent, die Männer erwerbstätig tatsächlich sind, die Frauen kommen auf eine Quote von 54 Prozent. Das heißt, da kommt der erste Gap, den wir schon haben, nämlich in der Beteiligung am Arbeitsmarkt, sind das immer noch keine guten Zahlen. Ganz interessant ist das, wenn wir das runterbrechen auf Hamburg, wir haben in Hamburg eine bessere Erwerbsbeteiligung von Frauen, da kommen wir zumindest auf 64 Prozent. Und das ist insofern sehr pikant, weil wir im westdeutschen Vergleich die beste Quote haben. Die einzigen, die eine bessere Erwerbstätigenquote von Frauen haben, ist Ostdeutschland. Aufgrund ihrer Geschichte natürlich eine ganz andere Kultur auch damit haben, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen arbeiten gehen können. Wir haben in den letzten Jahren in Hamburg einen sehr, sehr großen Zuwachs an Erwerbstätigkeitsbeteiligung von Frauen. Das heißt, die Beschäftigung von Frauen wächst enorm an, hat die größte Steigerungsquote. Das Problem ist, wenn wir uns diese Beschäftigungsverhältnisse genauer angucken, sind ganz viele davon überhaupt nicht existenzsichernd. Wir haben in Hamburg die Minijobs, das sind die 450-Euro-Jobs. Viele von euch werden sie kennen. Wer studiert, macht die ganz gerne nebenbei. Aber wir haben eine Quote von 74 Prozent der Minijobs werden von Frauen gemacht. Und die sind nicht alle Studentinnen, sondern die meisten davon sind diejenigen, die zu Hause die Hausarbeit, die Sorgearbeit und die Pflegearbeit ihrer Familie übernehmen. Die Männer tragen das nicht mit. Die haben lange nicht diese Quote an Teilzeitbeschäftigung, an Minijobbeschäftigung. Und die Teilzeitbeschäftigung ist genau das Gleiche. Also auch die Teilzeitbeschäftigten, die dann vielleicht ein bisschen mehr Stunden arbeiten als bei den Minijobs, liegen auch im Bereich von 65 bis 70 Prozent bei den Frauen in Hamburg. Und das sind alles Löhne oder Gehälter, die da bezahlt werden, von denen die Frauen wirklich immer noch in dem klassischen Familienverständnis die Zuverdienerinnen sind, die aber in dem Moment, wo sie erwerbslos werden oder wenn sie später in Rente gehen, mitnichten davon leben können. Das heißt, wir haben da eine ständig drohende Armutsgefahr. Viele kennen das, wenn sie sich dann von ihrem Partner trennen, stehen sie ziemlich alleine da. Also so dass unser wesentlicher Arbeitsschwerpunkt, den wir als Gewerkschaften auch haben, ist tatsächlich zuzusehen, dass wir da zu einer Gleichstellung zwischen Frau und Mann kommen im Erwerbsleben, was wirklich den Namen auch verdient hat. Und ich habe mit sehr vielen Männern inzwischen gesprochen. Gott sei Dank, die junge Generation wird ja auch ein bisschen anders. Ganz viele von den Männern sagen, wir würden gerne weniger machen, wenn wir es schaffen, tatsächlich Rahmenbedingungen herzustellen, die für alle so gleich sind, dass nicht auch die Männer immer unter dieser sozusagen kulturellen Anforderung leiden müssen, dass sie eigentlich diejenigen sind, die die Familienernährer sind. Also da, glaube ich, haben wir auch in Deutschland immer noch sehr, sehr viel zu tun. Und unsere Strategie ist natürlich als Gewerkschaft naheliegend. Allererstes ist immer, wir brauchen Tarifverträge, Tarifverträge, Tarifverträge. Weil alle Studien, alle Untersuchungen, alle Zahlen, alles, was wir uns angucken, läuft immer darauf hinaus, dass Betriebe mit Tarifverträgen und mit betriebsrätlicher Mitbestimmung transparenter sind, demokratischer sind und eben auch tatsächlich die Frauen genauso bezahlt werden wie die Männer. Das heißt, durch Tarifverträge und Betriebsräte haben wir eine Chance, in den Betrieben eine praktische und auch dann finanzielle Gleichstellung zu erreichen. Wir brauchen unbedingt eine viel stärkere Ausnutzung der sogenannten Allgemeinverbindlichkeit. Das heißt, dass es Tarifverträge gibt, die für einen Bereich abgeschlossen werden und dann auf die ganze Branche übertragen werden. Wir haben es zum Beispiel bei dem Friseurhandwerk. Ganz, ganz wichtig, weil die ja mit dem Mindestlohn überhaupt erst mal an sowas wie halbwegs existenzsichernde Löhne gekommen sind. Und der Tarifvertrag, der da abgeschlossen wurde, ist allgemeinverbindlich erklärt worden. Das heißt, er gilt jetzt für alle Beschäftigten im Friseurgewerbe. Was ganz, ganz wichtig ist, um die Frauen, die da arbeiten, mal von den 3,50 Euro im Osten und den 5 Euro im Westen auf ein Existenzniveau zu bringen. Das muss viel, viel mehr passieren. Wesentlicher Punkt ist natürlich, wir brauchen die Aufwertung der Sorgearbeit und dass wir wegkommen davon, dass Sorgearbeit ein, das ist doch den Frauen quasi, ihr wisst schon, was ich sagen will. Nein, ist es nicht. Man kann sich die Sorgearbeit teilen. Das heißt aber auch, dass die Sorgearbeit aufgewertet werden muss, dass das nichts mehr ist, was Frauen sozusagen aus ihrem Herzen heraus total gerne freiwillig tun, sondern dass die ganze, ob nun Erziehungsarbeit, Pflegearbeit, die Betreuung von unseren Eltern und unseren Senioren ist eben kein Ehrenamt, was mal eben mit dem Pfennig bezahlt werden soll. Das ist eine ganz, ganz qualifizierte Facharbeit und sie gehört auch genauso bezahlt wie eine industrielle Facharbeit und das ist einer der wesentlichen Punkte, damit wir da mal zu einer Gleichmäßigkeit kommen. Ja, wir brauchen natürlich bei den Minijobs und bei den Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen eine riesige Reform, weil die Minijobs müssen wirklich darauf begrenzt werden, wo man sie wirklich braucht und die Teilzeitbeschäftigten, die irgendwann mal gesagt haben, sie wollen weniger arbeiten, müssen auch das Recht haben, wieder zurückzukehren. Und natürlich brauchen wir, auch das hat Tobias schon gesagt, unbedingt eine Steuerreform. Nicht nur, weil wir tatsächlich die Unternehmen im Moment begünstigen und wir Beschäftigten tatsächlich den überwiegenden Teil der Steuerlast tragen, sondern auch, weil die Frauen mit dem Splitting die Benachteiligten sind. Also diese Steuerklassengruppierung mit drei und fünf hält die Frauen in der niedrigen Beschäftigung. Und letzter Punkt ist natürlich vollkommen klar, die Quote. Wir sind große Anhänger der Quote und ich würde mir wirklich intensiv wünschen, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, jedes Gremium, jeder Aufsichtsrat, jede Organisation hat gefälligst 50 Prozent ihres Personals an Frauen zu stellen und zwar egal an welcher Position innerhalb der Organisation und der Firma. Vielen Dank, Katja Karger, für diesen Blick hier auf Deutschland und den vorgeschlagenen Strategien zum Abbau von Ungleichheit und dem Hinweis oder den Schwerpunkt auf Lohngerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, Aufwertung der Sorge- und Pflegearbeit und die Quote. Nach diesem Blick hier auf Deutschland wollen wir den Blick auf die internationale Dimension weiten und hören, wie die Situation in den sich entwickelnden Ländern aussieht. Und dazu gebe ich das Wort an Agnes Aboum. Agnes, please. Thank you very much. Thank you for coming. This is an important issue for us to talk about inequality because it's an issue of injustice. It is an issue of human dehumanisation of one society or one sector of a society. I begin by saying that inequality is a global reality, but the impact is unproportional, particularly in the global south. The MDGs already recognized that poverty was a reality. SDGs, sustainable development goals, have also put poverty as goal number one. Having done that, we are aware that the impact of poverty in the global south has several dimensions and I would like to mention a couple of them. One is that we increasingly see the feminisation of poverty as many, many more people and particularly women who already dominate the informal sector of the economy continue to get onto the margins of the official economy. Secondly, we also see that a number of young people are unemployed and as a result of a huge bulge of young people, they are becoming centres of crime, centres of recruitment for radicalisation because they have no hope for a future. This is one of the major consequences and challenges of an economic inequality system. We have an economic paradigm that thrives on vomiting out majority of the people. The second point I'd like to make is the fact that growing economies, and this is what Tobias has said, Africa, for example, out of the ten economies that are growing, seven are in Africa, and yet, out of those seven, it is a very small fraction that is benefiting from that growth. Majority are not benefiting from the growth. What does that mean? It means that the poor people are selling their lands to educate their people, their children with the hope that they will get into the pipeline of jobs, but there are no jobs. Secondly, they cannot afford help, and so you have an ailing population, a population that cannot live abundant life to its fullness. The third thing is the trade. We are meeting here in the backdrop of the G20. The G20 accounts for 80% of the gross domestic product of the globe. It accounts for 75% of all the trade. The Global South today is an arena for extractive industry. What does extractive industry do? Mines and the rest. Dislocate, dislodge people, lands are being taken without compensation, so you have a lot of landless people, even small farmers have nowhere to farm, so lack of food, sovereignty, food security, droughts as a result because they don't care for environment, and you have heard recently that one of the largest economies in terms of leadership is not going to respect climate justice, and therefore climate injustice and its impact on the refugee, climate-related refugees. The other impact is economic refugees and migrants that are leaving the Global South in search of better opportunities. And finally, I'd like to say that so long as 51% of our population in the Global South remains outside the policy framework of any economy, and that is women, girls, then there can never be proper human development. So even the social development goals will not be achieved until and unless the whole financial architecture and the whole economic architecture in terms of paradigm shifts are reassessed and reviewed with the future generations in mind. To conclude, as I finish my brief notes here, when we talk about poverty, we have a measure of poverty, but when we talk about greed, there is no measure. You can consume as much, you can steal as much in terms of taxes, in terms of resources, in terms of leadership, and no one can say enough is enough. And as long as we thrive on an economic paradigm that has no measure for greed, humanity and the common good is not assured. Conflict as a result of this inequality is a reality. I have been working in the area of peace for the last 10 years. And what is at the heart of conflict that is generating millions of IDPs, internally displaced people, refugees on the move, conflict, conflict over resources, conflict over pasture, conflict over water. Water today is an important issue. The Nile that we share with Egypt, you have been reading about it. We are reviewing the British heritage that was badly constructed in order to afford the Egyptians water. Ethiopians say we have no obligation to that. The people on the source of the Nile say we won't bother to protect. So, without water, where will you get food? Without water, what economy are we talking about? Without sustaining our climate justice, how shall we have a planet that is for all of us? Thank you. Vielen Dank, Agnes, für diesen Blick auf den globalen Süden und letzten Endes auf die eine Welt. Und damit beenden wir die erste Runde von Inputs und jetzt besteht also die Gelegenheit zu Kommentaren oder Fragen. Gibt es ausgefüllte oder beschriebene Zettel, die wir hier bearbeiten können? Gut, dann fangen wir hier mit einer Frage an auf Englisch. Since 2013, the IMF has adopted both a gender and income inequality agenda. This has moved fast from just research to now being included in actual policy advice. What does it mean for you as civil society, as feminists, that the IMF is taking on these agendas in its typical neoliberal instrumental way? Okay, how do you engage? Wer möchte sich dieser Frage oder dieses Kommentars annehmen? Hören Sie die Frage? Achso, okay. Gut, dann versuche ich das. Seit 2013 hat der Internationale Monetary Fund eine Gender- und Einkommensungleichheit-Agenda angenommen und die hat sich schnell entwickelt und wirkt sich in der aktuellen politischen Debatte und politischen Beratung aus. Und die Frage ist, was bedeutet es für uns hier als Zivilgesellschaft und Feministinnen, dass der IMF diese Agenda angenommen hat und in dieser typischen neoliberalen Art und Weise, wie kann Zivilgesellschaft sich engagieren? Ja, vielleicht nur ganz kurz dazu, also man muss das schon anerkennen, wenn bei Organisationen wie dem IMF sich da was auch aus so einem Denkprozess stattfindet. Zum Beispiel hat Frau Lagarde, die Chefin des IMF, ja auch tatsächlich Ungleichheit auch stark als Problem betont. Was, glaube ich, wichtig ist, ist zu sehen, wie Rhetorik sich in Praxis umsetzt und da ist die Erfahrung, dass es durchaus länger dauert, bis so etwas sich in Programmen widerspiegelt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, zum Beispiel mit diesen berühmten Konditionalitäten, die damals im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme gemacht wurden. Da wurde auch dann irgendwann gesagt, okay, wir ändern das, aber es hat noch sehr lange gedauert, bis das wirklich in der Praxis angekommen ist. Und einige sagen, dass es bis heute nicht hundertprozentig in der Praxis angekommen ist. Und insofern ist das schon mal sicherlich ein guter Schritt, aber ich glaube, was in dieser Debatte wichtig ist, man konzentriert sich dabei, das läuft unter dem Stichwort Pro-Poor-Growth. Und es guckt vor allen Dingen auf die ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung. Es spricht aber, aber dahinter steht Growth, dahinter steht Wachstum. Was das aber heißt eigentlich mit planetarischen Grenzen und was das eigentlich auch möglicherweise heißt für Umverteilung, nämlich was ist eigentlich mit den oberen 10 Prozent, das bleibt dabei eben unberücksichtigt. Das ist aber was, was man da, glaube ich, auch mit betrachten muss. Ein Zusatz. Ich glaube, ganz wichtig ist, das ist ja nicht schlecht, dass es aufgegriffen wird. Also weil überall, wo das Thema Gerechtigkeit, Gleichstellung thematisiert ist, ist es erstmal gut. Wo wir aber, glaube ich, höllisch aufpassen müssen als Zivilgesellschaft ist, wenn das alles unter die Verwertungslogik des Kapitalismus gerät. Und das ist eine Diskussion, die den Frauen ja genauso blüht wie im Moment den Geflüchteten, den Migranten. Also alles, was sozusagen noch nicht bei drei auf dem Baum ist, wird in irgendeiner Art und Weise verwertet und zwar in der jeweiligen Logik. Und ich glaube, was unsere Aufgabe ist, dass, wenn das denn schon thematisiert wird und das ist gut, dafür zu sorgen, dass das in unserem Interesse ist und nicht in dem Interesse von anderen. Und ich glaube, das ist der ganz wesentliche Punkt, wo wir immer höllisch darauf aufpassen müssen, dass das sozusagen für uns die richtige Richtung nimmt und nicht für andere. Danke. Agnes, would you like to say something also? I think it is a good initiative. The IMF and the World Bank have taken on all the terminology that the civil society, the churches have had since the 70s, participation, justice, voices of the poor. But it is like a house where you change only the colors of the house, but the foundation of that house remains the same. Ja, vielen Dank für diese Antworten. Hier habe ich noch einen Kommentar, da geht es um Ungleichheit und Geschlechterungerechtigkeit haben ein Problem gemeinsam und zwar die Abwertung von Menschen, die von Bildung, Einkommen, Erwerbsarbeit und so weiter ausgeschlossen sind. Und das betrifft ja auch besonders die Frauen. Und das ist wichtig, sich diesen Prozess bewusst zu machen, Betonung ist hier auf bewusst, um ihn zu überwinden. Und das ist schon möglich und fängt damit an, dass ich als Person andere Menschen eben als anders anerkenne und sehe und nicht als unnormal, weil sie eben nicht so sind wie ich selber. Also das ist eine Möglichkeit, sich Geschlechterungleichheit bewusst zu machen und auch auf der persönlichen Ebene dagegen anzugehen. Dann habe ich hier noch eine Frage, wir brauchen einen Paradigmenwechsel gegen Gier und was brauchen wir dafür? Bestimmte spirituelle Voraussetzungen und hier eine Frage an das Podium, was gibt Ihnen Kraft und langen Atem für Ihre Arbeit? Das ist die Frage, warum man die Aufgabe macht, die man tut. Ich glaube, das kennen die meisten. Ich tue etwas, weil ich davon überzeugt bin. Und in meinem Falle ist natürlich als Gewerkschafterin, ich bin eine große Kämpferin für Gerechtigkeit. Ich kann Ungerechtigkeit nicht ausstehen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die ganz wesentlich sind, die uns auch zusammenhalten und die uns auch dafür kämpfen lassen, eine bessere Welt und auch ein besseres Miteinander hinzubekommen. Ich denke, meine spirituale Voraussetzungen, die mich zu lieben, zu lieben, zu lieben, zu lieben und zu lieben, die man, zu lieben, 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 wie wir sie es, die man kommodiert haben, wie sie es, nicht mehr verletzten. So for me, I am totally against injustice because it goes to the very core of my faith, to the very core of my values, that injustice dehumanizes the dignity of the other. And we cannot accept it. We cannot accept when 1% of the world has changed the values to suit itself at the expense of 90 plus percent of the globe and taken creation as if it belongs to them. The planet is for everybody. Thank you. And here is another question. Oh, ja, danke für die Beiträge. Hier gibt es noch eine Frage. Und die heißt, to say wage justice is the core of the problem. It is to talk in terms of capitalism as a system. Und hier die Frage. Do you think that this issue is at all solvable within the capitalist system that in itself requires a high level of inequality to function? Okay, also hier ist gesagt, um über Lohngerechtigkeit oder Gerechtigkeit zu sprechen, ist an sich eine Sprache, die zum kapitalistischen System gehört. Es ist eine kapitalistische Sprache. Und dann die Frage heißt, glauben wir hier oder glaubt ihr auf dem Panel, dass das eine Lösung finden kann oder dass die Probleme eine Lösung finden können innerhalb dieses kapitalistischen Systems, das sowieso nur funktioniert, weil es eben dieses hohen Niveau an Ungleichheit gibt, das ist praktisch Teil, warum es funktioniert. Ist das jetzt klar? Ja, ich habe eine Ahnung, wo das hingeht. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und das muss man, glaube ich, auch sauber auseinanderhalten. Das eine ist, wir können ein Panel abhalten und ich bin mir relativ sicher, ich habe es auch im Programm gelesen, dass es das hier auch gibt, nämlich die Systemfrage zu stellen. Also, was gibt es eigentlich für Alternativen zu diesem System? Wie kann das aussehen? Was wird sich da verändern, wenn man das entsprechend verändern würde? Dann müssen wir nicht über Lohngerechtigkeit, über Tarifverträge und Ähnliches reden, das ist vollkommen richtig. Aber wir sind insofern auf diesem Panel erstmal bei dem, es ist, wie es ist. Und wir haben da draußen den Kapitalismus, mit dem wir umgehen müssen. Und ich kann natürlich als Gewerkschafterin nicht sagen, seht zu, wo ihr bleibt. Sondern natürlich ist meine Aufgabe die, zu sagen, wenn das so ist, wie es ist, dann sorge ich wenigstens dafür, unter anderem über die Tarifverträge, einen Teil der Umverteilung von oben nach unten herzustellen. Dass nämlich die, die arbeiten und die Mehrwert dieser Gesellschaft erwirtschaften, auch tatsächlich was davon haben und was davon abbekommen, was hier an Mehrwert produziert wird. Das ist unsere Aufgabe, sozusagen den Teil abzuschöpfen, solange wir in diesem System sind, in dem wir sind. Und von daher glaube ich, ist das natürlich eine redundante Frage. Solange wir Kapitalismus haben, werden wir auch über diese Lohnfragen diskutieren. Wenn wir das nicht mehr haben, stellen wir andere Fragen. Das ist richtig. Vielen Dank. I think when Tobias talked about tax justice, within the capitalist system, what we've done is to let loose the canons. It is possible to generate production, growth within limits. It is possible to curtail, and that's why I think this debate is important, to curtail those who want to have a spiral approach of extraction of resources. Not for anything, but just to have it sitting somewhere in their name rather than serving the interests and the needs of the people. So I think it is feasible to reform this system so that the wealth of the globe, or the wealth that we generate, the production, is really redistributed to all men, women, boys and girls. not south, east, west, but what we have now is like humanity is captive to a small group of people who generate not for anything, just to have it as a show. Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich glaube, dass, also zu der Frage, ob Ungleichheit im Rahmen des Systems überhaupt abschaffbar ist, ist sie sicherlich nicht. Aber wir sind nun mal in dem System, in dem wir sind. Und ich glaube, was uns eint ist, das Ziel, die Welt, wie sie im Moment ist, einfach gerechter zu machen. Und deswegen versuchen wir ja eben auch auf internationale Politik einzuwirken, versuchen eben Leitplanken einzuziehen für internationale Gerechtigkeit und dürfen, glaube ich, eben, weil die Weltnummer so ist, wie sie ist, darin auch nicht nachlassen. Und ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein lohnenswertes Ziel ist. Danke. Wir haben jetzt noch eine Frage, die ich auch noch aufgreifen möchte. Und zwar geht es hier um Südafrika, dem einzigen afrikanischen Mitgliedstaat der G20. Die Frage lautet, welchen Einfluss hat diese Mitgliedschaft auf Sub-Sahara-Staaten in Bezug auf Ungleichheit, wenn Südafrika als das Tor zu Afrika betrachtet wird? Könnte diese Mitgliedschaft, auch der anderen BRICS-Länder, auch zu einem Umdenken innerhalb der G20 führen? Okay, it's about South Africa as the only country in the G20. The question is, which influence has this membership on countries in Sub-Sahara-Afrika with regard to inequality? If South Africa is called the gate to Africa? And is it possible that this membership and the membership of South Africa and also other BRIC countries can result in changes within the G20? Of course, we all know the story of South Africa that indeed it is a big economy, but it is an economy that also has excluded so many people. That is why you have the crime, you have the xenophobia in South Africa. The hope is that South Africa being part of the BRICS or the G20 without really having mechanisms for redistribution for ensuring that there is economic justice within its own economy. I don't think it will get out of the challenges we are talking about of unemployment, of feminization of poverty, of poverty in general. So the issue of growth, the issue of the size of the economy per se is not the problem. It is really how is that economy benefiting the people. And I think South Africa faces like other BRICS countries, India, Brazil has the same challenges because growth, as we have said, is good, but growth without redistribution of income, without just economic policies that affect the rest of the population. Then it is just, again, the same minority that continues to engage at this global level in corruption, in bad governance, in order to ensure that the resources are hived over and taken to offshore banking. I mean, that is no economy for me. Yeah, maybe in Ergänzung zu dem, was Agnes gerade gesagt hat. Also, ich meine, die G20 haben ja jetzt gerade eine große Initiative für Afrika vorgelegt. Also, wo es um die Compacts with Africa geht, wo es darum gehen soll, Privatinvestitionen in Afrika zu fördern. So, daran kann man eigentlich genau dieses Problem illustrieren, weil da wird einfach nur über Privatinvestitionen geredet. Es geht da um Quantität von Privatinvestitionen, es geht aber nicht um irgendwelche, es geht nicht um qualitative Dinge. Es geht zum Beispiel nicht darum, inwiefern Investitionen auch mit sozialen Standards flankiert werden, inwiefern sie mit Umweltstandards flankiert werden, inwiefern denn eigentlich diese Investitionen tatsächlich den ärmsten Bevölkerungsteilen zugutekommen. Das spielt in diesen ganzen Debatten keine Rolle. Und das ist eine der zentralen, aus meiner Sicht, Fehlentwicklungen, die wir bei den G20 sehen und wo einfach immer noch so ein altes Denken vorherrscht, was man auf jeden Fall überkommen sollte. Was sicherlich hilfreich wäre, ist, wenn man die G20 generell als Gremium, auf jeden Fall, wenn sie schon mal da sind, dass man es dann tatsächlich auch, dass man es tatsächlich versucht zu öffnen, insofern als dass zum Beispiel Organisationen wie die Afrikanische Union auf jeden Fall mit am Tisch sitzen, dass es da auf jeden Fall eine Repräsentanz gibt. Also wir haben ansonsten einfach das Problem, und das sehen wir auch zum Beispiel im Bereich Steuergerechtigkeit, dass die Aktionspläne verabschieden, die zum Beispiel dann zur Eindämmung von Steuervermeidungen von Unternehmen führen sollen, die natürlich deren Agenda widerspiegeln, aber sicherlich nicht die Agenda eines Großteils der Entwicklungsländer. Und das ist ein echtes Problem. Wenn da natürlich Weltmaßstäbe gesetzt werden oder Regeln festgesetzt werden für die internationale Steuerpolitik und der Großteil der Länder ist überhaupt nicht mit am Tisch, dann ist das eben alles andere als inklusiv. Und wenn die G20 sich hinstellen und sagen, sie wollen für eine gerechtere Globalisierung sorgen, dann geht das eben genau in die falsche Richtung. Ja, vielen Dank für die Fragen und auch die Antworten. Ich habe jetzt noch eine Frage, die würde ich aber gerne für die zweite Runde aufheben, mit der wir jetzt beginnen werden mit dem Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit. Die zweite Runde beginnt mit Cornelia Kreischer. Bitte, Frau Kreischer. Vorweg, was ich sehe, gefällt mir. Denn der Anblick, der sich von mir aus bietet, ist recht ungewohnt. Ich sehe viele junge Frauen. Und genau sie brauchen wir, wenn es weiter vorangehen soll oder zurückgehen soll mit der Geschlechtergerechtigkeit. Ich freue mich sehr darüber. Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts. Simone de Beauvoir. Solange mehrheitlich Männer darüber entscheiden können, was für Frauen, Kinder und sie selbst gut ist, wird es die erforderlichen, substanziellen Quantensprünge nicht geben. Zitat von der ersten Frauenministerin in Österreich. Ich will nicht die Jahreszahl sagen, das löst eine Depression aus. Wir leben in einer großen Zeit, wir leben in einer Zeit mit großen Herausforderungen, weltweit, europaweit, deutschlandweit. Wir leben auch gleichzeitig in einer Welt mit vielen neuen Chancen, um die Herausforderungen, Probleme anzugehen, zu bewältigen. Zwei Stichwörter hier. Wir haben eine erstarkte Frauenbewegung. Wir erleben eine unglaubliche Frauensolidarität. Und ich sehe auch als Chance die Digitalisierung. Der Global Gender Report, ein von der World Economic Forum erstellter Bericht, der die Gleichstellung in 144 Ländern in vier Bereichen untersucht, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft und Politik, hat für 2016 ergeben, dass auf globaler Ebene es zwar Fortschritte in den Bereichen Gesundheit und Bildung gibt, aber das Gender Gap im ökonomischen und politischen Bereich nach wie vor sehr groß ist. Das ist, denke ich, für uns alle keine wirkliche Überraschung. Der zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung vor kurzem erschienen, hat bestätigt, Zitat, bei der Verteilung von Belastungen und Chancen zwischen den Geschlechtern geht es in unserer Gesellschaft immer noch ungerecht zu. Frauen arbeiten auf mehr und bekommen dafür weniger. Dies gilt allerdings nicht nur für Deutschland. Das ist etwas, denke ich, was europaweit und weltweit auch zu beobachten ist. Für den politischen Teil aktuell genügt ein Blick in die Zeitung oder in das Fernsehen. Morgen ist es soweit. Die G20-Gruppe, viele Männer, wenige Frauen treffen sich. Die Gruppe ist machtvoll, repräsentiert sie doch zwei Drittel der Weltbevölkerung, 85% des Bruttoinline-Produktes und 75% des Welthandels. Und in keinem der vertretenen Länder gilt Women First. Es gibt jedoch gravierende Unterschiede innerhalb der Gruppe und jedes Land hat eine eigene Geschichte der Frauenemanzipation. Es gehört ein Kanada mit einem Premierminister, der sich als Feminist bezeichnet dazu, eine USA mit einem Präsidenten, der sich nicht als Sexist bezeichnet, aber einer ist, Frankreich mit neuerdings 50% Frauen in der Regierung, aber auch Länder, die nicht nur in Sachen Gleichberechtigung eine Rolle rückwärts machen. Wie zum Beispiel Russland, das den Schutz vor häuslicher Gewalt aufgehoben hat. Es gehört auch dazu Saudi-Arabien, und jetzt wird politisch ein bisschen unkorrekt, wo anlässlich des Besuches der First Daughter es zu einem Kommentar kam, jetzt wissen wir, wie eine Frau aussieht. Das ist die... Vielfalt passt nicht ganz, aber ich würde sagen, diese Gruppe ist echt bitter. Und das ist die Gruppe, von der wir hoffen, dass sie in Sachen Gleichstellung uns weiterbringt. In den letzten acht Jahren wurde die G20 zu einem zentralen Forum internationaler Zusammenarbeit. Wenn es am Anfang noch um reine wirtschaftliche und Finanzsachen ging, sind mittlerweile heute Themen wie Klima, Landwirtschaft, Beschäftigung, Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf dem Programm. Die Rechte der Frauen, besonders in der Arbeitswelt, bleiben außen vor. Was nicht besonders verwunderlich ist, schaut man sich die Zusammensetzung an. Die Regierungsverantwortlich, mehrheitlich Männer, werden unterstützt und lassen sich beraten, in sogenannten Dialogprozessen, durch machtvolle Verbände, wie zum Beispiel Business 20 und Leber 20. Ich war sehr erfreut, was Sie gesagt haben, Ihre Beiträge zur Gleichberechtigung. Denn die Gewerkschaft sowie die Arbeitgeberverbände sind zumindest in der Vergangenheit nicht als Förderung der Gleichberechtigung aufgefallen. Wir erinnern uns an die heftige Diskussion, als es um die Einführung der Quote ging. Das soll und kann sich ändern. Mit B20 etabliert, erst 2015, gibt es jetzt auch einen Dialogprozess von Frauen, für Frauen, für die Geschlechtergerechtigkeit. Das Hauptziel der B20 ist, die wirtschaftliche Stärkung von Frauen zu einem wichtigen Bestandteil in die G20-Prozesse werden zu lassen. Im Jahr 2017 liegt der Fokus der B20 auf vier Grundpfeilern. Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, finanzielle Inklusion, hier ist die Förderung von weiblichem Unternehmentum, sowie Zugang zum Kapital für Frauen gemeint. Die digitale Inklusion, das meint man, die Überwindung der geschlechtsspezifischen Kluft im digitalen Bereich. Das ist nicht eine zu unterschätzende Forderung. Es geht hier nicht nur um die Sicherung zum Zugang für die neue Arbeitswelt, es geht auch um die Möglichkeit, soziale Medien besser nutzen zu können. Und wir müssen stärker und besser als bisher uns intelligenter vernetzen, innerhalb Deutschlands, außerhalb Deutschlands, Europa und weltweit. Im Rahmen einer von Landesfrauenrat organisierten Europa-Veranstaltung erzählte die Europaabgeordnete, ich zitiere wörtlich, die Geschwindigkeit, mit der sich europäische Rechtsparteien mit einem klaren Frauenbild vernetzen, ist atemberaubend. Wir Frauen dürfen nicht das Netz unseren Feinden überlassen. Eine weitere Forderung von W20, Stärkung der W20, verbunden mit dem Wunsch, Geschlechtergerechtigkeit und die wirtschaftliche Stärkung von Frauen in das Zentrum des G20-Prozesses zu stellen. So die Hoffnung. Die Bundeskanzlerin Frau Merkel will die zentralen Forderungen der W20-Gruppe in die G20-Verhandlung tragen und somit eine längst überfällige Debatte und Anstoßen und neue Maßstäbe setzen. Kein einfaches Vorgehen bei der Zusammensetzung dieser Gruppe. Hilfreich ist, und das finde ich ganz toll, das wurde vorhin auch schon mal angesprochen, dass die W20 für ihre Forderungen einen Implementierungsplan mit Kennziffern zur Erfolgskontrolle entwickelt hat. Wir haben ja in der Vergangenheit schon häufig erlebt, wir haben was zustanden bekommen, aber meistens unverbindlich und ohne die Möglichkeit zu kontrollieren. Hier liegt was vor, was es an und für sich den Entscheidern leicht macht, zu sagen, nämlich, es ist aufgesplittet in, das ist die Aufgabe, so stellen wir uns die Umsetzung vor und das sind die Kennzahlen, mit denen wir euch messen wollen. Es ist sehr wichtig, eine Forderung, auch immer mit gut kontrollierten Kennzahlen zu verbinden. Eine weitere interessante Forderung und wichtig ist, die strukturierte gendergerechte Finanzpolitik durch die Einführung von Gender Budgeting wirksam umsetzen. Auch das ist ein gutes Instrument für die Erfolgskontrolle. Dieses Gender Budgeting ist übrigens auch eine Forderung von Agenda 2030. Wenn uns das wirklich gelingen würde, dass hier die G20 da mitgehen würde, es wäre ein unglaublich großer Erfolg, ein Riesenschritt vorwärts, denn Geschlechtergerechtigkeit kriegen wir nur erreicht, wenn wir sie anschließend auch gut kontrollieren können. Das ökonomische Empowerment von Frauen ist der richtige Schritt zum Ziel der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen. Zwingend einhergehen muss das politische Empowerment von Frauen. Das eine kann nicht ohne das andere sein. Bedingungen schafft dafür, Politik müssen wir als Schnittstelle für das ökonomische Empowerment verstehen. Die Aufgabe steht darin, in gutem Rahmen Bedingungen zu schaffen, dass Frauen ökonomisch, wirtschaftlich ihre eigene Existenz absichern können. Dass es kein Pay-Gap gibt, kein Renten-Gap und kein Care-Gap. Voraussetzung für eine 50 zu 50 Repräsentanz auf allen Ebenen muss ermöglicht werden. Durch Einführung von Quoten. Das ist die Voraussetzung, dass wir es nachhaltig schaffen, Frauen für Frauen Politik machen zu lassen. Wir brauchen eine gute Politik. Eine Politik gemacht von Frauen. Doch die Realität sieht anders aus. In der Politik, in der Frauen Interesse verhandelt werden, befinden sich überwiegend noch Männer. Die Frauen sind unterpräpresentiert und dadurch haben wir relativ wenig Chancen, unsere Ideen und Forderungen durchzusetzen. Es gibt auch gute Beispiele in letzter Zeit, wo es auffällig war, wie wichtig es war, dass in der Politik Frauen sind. Aktuelles Beispiel war der 177er oder die Quote gewesen, wo es gelungen ist, Frauen zu mobilisieren außerhalb und dann in der Politik Frauen gefunden haben, diese Themen aufgenommen haben. Wir können entwickeln, was wir wollen. Wir können Forderungen stellen, wie wir wollen. Wenn in der Politik keine Frauen sind, die diese Ideen aufnehmen und für uns umsetzen, wird es verdammt zäh und dauert noch länger wie bisher. Die Überrepräsentanten... Ich kriege, glaube ich, einen Ordnungsruf. Politisches Empowerment ist jede Maßnahme, die Frauen und Mädchen befähigt, am öffentlichen politischen Leben teilzunehmen. Die Teilnahme der Frauen an den Schallstellen der politischen Macht ist ein absolutes Muss. Nicht nur, weil es uns zusteht, sondern weil es auch eine Chance ist, die notwendigen dramatischen Wände im Denken und Handeln herbeizuführen, die unsere Welt so dringend braucht. Frauen müssen an die Macht. Wir brauchen mehr Frauen, die bereit sind, nicht nur mitzumachen, sondern auch Dinge voranzubringen. Wünschen wir Frau Merkel und uns viel Erfolg, möge der frauenpolitische Aufschlag gelingen, auf dem Weg in eine geschlechtergerechte Welt. Vielen Dank, Frau Kreischer. Sie haben ja schon das ökonomische Empowerment von Frauen angesprochen. und Frau Ranzio-Plath wird das jetzt noch vertiefen. Bitte, Frau Ranzio-Plath. Ich würde ganz gerne mit der Feststellung beginnen, dass Armut sexistisch ist, die Wirtschaft sexistisch ist, die Arbeitsmärkte sexistisch sind. Und deswegen brauchen wir Gender Economic Empowerment. Gerade im Zusammenhang mit dem G20 wird uns wieder deutlich, dass in weiten Teilen der Welt die Rechte der Frauen bedroht werden. Und G20 müsste eigentlich betonen, dass es ohne die Frauen- und Menschenrechte keinen Fortschritt auf dieser Welt geben kann. Und das gilt nicht nur für Herrn Trump, aber auch. Das Economic Empowerment von Frauen muss als Frauen- und Menschenrecht bestätigt werden. Es ist nicht nur die Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung, die alle mitnimmt, sondern sie ist auch die Voraussetzung für die Umsetzung der UN-Agenda 2030. Wenn Geschlechtergerechtigkeit und Gender Empowerment nicht umgesetzt werden, können die anderen Ziele der Vereinten Nationen auch weltweit nicht erreicht werden. Und es ist schließlich ein Menschenrecht, zu gleichen Wettbewerbsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt teilnehmen zu können. Die UN-Menschenrechtserklärung unterstreicht, dass jeder Mensch gleich an Würde und an Rechten ist. Es gibt übrigens kein einziges Land auf der Welt, das keine frauendiskriminierenden Gesetze hat. Damit gibt es keine Region auf der Welt, in der Männer und Frauen gleichgestellt sind. Und die G20 machen dabei nun wirklich keine Ausnahme. Es ist nicht nur so, dass wir nur zwei Regierungssteffeln haben. Es ist auch so, dass sie auf der Rangliste des Gender Economic Empowerment nicht zu den Besten gehören. An der Spitze stehen die kleinen, nordischen Staaten. Deutschland und Frankreich retten die Statistik, weil sie auf Platz 13 und 14 sind. Schließlich liegt Saudi-Arabien auf Platz 141. Aber Russland und China und Indien sind auch knapp unter 100. Und auch die USA, die ja eine Gleichstellungsgesetzgebung haben, liegen auf Platz 47. Und wie also auch die Weltberichte feststellen, sind in allen Ländern weltweit nur 58 Prozent der Frauen auf dem Arbeitsmarkt gleichberechtigt tätig. Das gilt für alle Frauen weltweit. Denn 70 Prozent der Working Poor sind Frauen. In Europa, in den USA, in Asien, aber auch in Afrika. Und wir wissen, dass die Frauen dort nicht Unternehmensgründung betreiben, weil sie so reich sind und noch reicher werden wollen, sondern sie sind so unternehmerisch tätig, weil sie so arm sind, dass sie überhaupt keinen einzigen Arbeitsplatz finden können, außer dass sie sich als Händlerin zum Beispiel auf den Straßen oder auch auf den Märkten bewegen. Und deswegen ist dieser Unternehmensfonds, der jetzt gegründet wird, auf dem G20 und gespeist wird aus Hunderten von Millionen von teilnehmenden Staaten und sicherlich auch vermögenden Milliardären, der geht in die Hände der Weltbank und die werden sicherlich nicht die Frauen im informellen Sektor in Afrika, die in ländlichen Gebieten leben, wo die Armut am größten sind, unterstützen, damit sie nicht nur eine Existenzgründung, sondern auch eine Unternehmensgründung bewerkstelligen können. Ich finde, wir müssen fordern, dass nicht nur die Mittelschichten von diesem Unternehmensgründungsfonds berührt werden und gefördert werden, sondern dass auch arme Frauen den Zugang zu dem vielen Geld haben müssen, das nicht in den Töpfen der Weltbank verschwinden darf. Und ich will noch sagen, wir wissen alle um das Thema Lohnungleichheit. Sie verdienen eben, wie gesagt, weltweit, so sagt man, nur gut halb so viel wie ihre Kolleginnen und Kollegen. Aber wir sind nicht auf dem Vormarsch. Der Vormarsch der Gleichberechtigung geht nicht mal mehr in Trippelschritten vor sich. Weltweit sagt man, dass heute die schlechtesten Werte vorhanden sind, was die ökonomische Existenz von Frauen betrifft. Nein, auch für Europa stellt das Gleichstellungsinstitut, das Europäische Gleichstellungsinstitut fest, ist, dass in den letzten zehn Jahren sich eigentlich zugunsten der Gleichstellung der Frauen nichts bewegt. Und liebe Freunde und Freundinnen, es ist doch so, wenn wir nicht dieses Gender Economic Empowerment kriegen und wird die Gleichstellung auf sich warten lassen und davon wird auch abhängig sein, wie es um die sexuelle Autonomie der Frauen bestellt ist, die keinen Zugang zu den Dienstleistungen und den Gesundheitssystem haben. Das eine greift dabei dann auch ins andere, weil machtpolitische Verhältnisse verwoben sind. Ich möchte deswegen wirklich dafür plädieren, dass wir nicht mehr nur von der Nichtdiskriminierung sprechen, sondern dass wir tatsächlich von Frauen-Menschenrechten sprechen. Und wir wollen nicht nur Erwerbsquoten, wie das auf dem G20-Gipfel in Brisbane beschlossen worden ist, erhöhen, die Losung heißt 25 Prozent bis 2025. Wir wollen gute Arbeit, natürlich auch für Männer, aber erst recht für Frauen in diesen Umständen. Und ich denke, das ist der Auftrag für den G20-Gipfel, dass sie uns versprechen, dass die Frauen aus ihrer Ausgrenzung weltweit herauskommen und sie also tatsächlich Decent Work haben, wie das die internationale Arbeitsorganisation zu Recht in ihren Kampagnen gefordert hat. Und dazu zählen natürlich die digitale Inklusion, die finanzielle Inklusion und die volle Integration in den Arbeitsmarkt. Aber das alleine reicht nicht. Und deswegen brauchen wir ein Konzept von Gender Economic Empowerment, das folgende Punkte umfasst. Höhere Frauenerwerbsquoten im formellen Sektor. Gute Arbeit, gleicher Lohn, gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Rentenansprüche. Menschenwürdige Arbeitsverhältnisse und existenzsichernder Lohn. Rentenausgleich, Bekämpfung von Frauenarmut, insbesondere der Frauenarmut von Alleinerziehenden. Reduzierung des informellen Sektors. Und das ist nicht nur ein afrikanisches Problem, sondern wir haben auch bei uns in Deutschland die höchste Prozentzahl an Frauen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt sind. Ich finde, das ist ein Skandal für diese reiche Bundesrepublik. Wir brauchen natürlich auch den gleichen Zugang von Frauen zu Führungspositionen, das ist vollkommen klar. Aber denken wir doch mal an jede Frau, an jede durchschnittliche Frau, die eben ein Auskommen mit ihrem Einkommen haben will. Das müssen wir in den Mittelpunkt auch unserer Anstrengungen stellen. Genau wie die gute Sorgeinfrastruktur für Kinder und solche, die Pflege brauchen. Wir brauchen aber auch die gemeinsame Verantwortung von Männern und Frauen für die Erziehung und die Hausarbeit. Wir brauchen Gleichstellungspläne, sowohl in Politik und Wirtschaft, in der privaten Wirtschaft und in öffentlichen Dienst. Sie sind ein gutes Instrumentarium und Wege nach vorne zu tun. Und wir müssen natürlich sehen, dass Gender Mainstreaming und Gender Budgeting auch in Deutschland und Europa umgesetzt werden. In 60 Staaten der Vereinten Nationen gibt es schon Gender Budgeting. Warum können wir das denn eigentlich nicht? Und wir dürfen uns nicht begnügen mit diesen Instrumenten. Wir müssen auch immer darauf setzen, dass es Frauenförderung gibt und dass wir nicht nur von Gleichstellungspolitik, sondern auch von Frauenpolitik gerade in diesen Zeiten reden. Und von daher stärken wir die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und auch in der Wirtschaft. Dann wird schon die Stärkung der Rolle der Frau in Politik und Gesellschaft folgen. Ja, vielen Dank, Frau Ranzio-Plath, für das Aufzeigen doch schon sehr konkreter Maßnahmen, was gegen Geschlechterungleichheit, Ungerechtigkeit getan werden muss. Unser letzter Beitrag kommt von Frau Safo und sie wird sich beschäftigen mit der Rolle der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit. Bitte, Frau Safo. Ja, vielen Dank. Women Rights are Human Rights, das haben wir schon gehört. Und da kann man schon sehen, aus der Vergangenheit, damals so mit Zeiten der Entwicklung der Menschenrechtskonvention, als auch in den 90ern, wo die Frauenbewegung und damit die NGO und die Zivilgesellschaft dafür gesorgt hat, dass Frauenrechte auch wirklich als Menschenrechte angesehen werden. Und selbst aktuell in den sogenannten Sustainable Development Goals der UN-Dekade, den SDGs, wurde von Geschlechtergerechtigkeit gesprochen vielmehr und gemeint Menschenrechte. Und wenn man Staaten wie Saudi-Arabien auch dazu bekommen hat, diese Themen umzusetzen oder umzusetzen zu wollen, dann kann man schon sagen, dass viel passiert ist. Die Frage ist nur, wo sind wir? Leider nicht allzu weit gekommen. Was könnte man tun? Aus Sicht der Zivilgesellschaft einiges. Und darüber werde ich gleich noch mal berichten. Warum gibt es Probleme bei der Umsetzung? Es haben ja Staaten, über 175 Staaten meine ich, diese Konventionen ja auch ratifiziert. Das ist der erste Schritt. Dann müsste man das umsetzen, implementieren. Und dann ist es wirklich ein bisschen rar mit dem Erfolg, sogar auch in Deutschland als Vorzeigeland im Bereich Gender und Gerechtigkeit. Es fehlt oft der politische Wille. Es wird nicht mit Nachdruck gearbeitet. Und daher erhöhen NGOs durch ihre Art und Weise der Mobilisierung, des Activism, als auch der Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen den Druck auf die Staaten. Wenn wir auf der Rechtsetzungsebene, das heißt dann, wenn die Gesetze oder die Konventionen und Verträge erst entwickelt werden, anfangen, haben sie immerhin ein Initiativrecht. Das heißt, sie können Ideen einbringen, sie können sogar die Öffentlichkeit so bewusst machen in Bezug auf Gerechtigkeit im Gender. Und ich finde im Übrigen das Wort auch besser als Frauenschutz oder Frauenrechte, weil es ja auch alle meint. Und das ist, finde ich, das, was man verstehen sollte, wenn man sagt, ein neues Denken ist gewollt, dass die Transformation, die durch die UN-Dekade erreicht werden soll, auch auf allen Ebenen stattfindet, in allen Gesellschaften und eben Männer, Frauen, Businesswelt, als auch nichtökonomische Menschen genauso umfasst. Das heißt, alle sollten den Prozess der Gleichheit von Gender berücksichtigen bei den einzelnen Maßnahmen. Wenn man auf die Zivilgesellschaft schaut, gerade aus dem Entwicklungssektor, kann man beobachten, dass sie dieses Ziel ja auch meistens innehaben. Wie erfolgreich sind sie denn selbst dabei, diese zu implementieren in ihren eigenen Organisationen? Das ist ein bisschen problematisch. Man kann das Ziel haben, man kann dafür Projekte beantragen und umsetzen. Wie steht es aber mit dem Gender Mainstreaming tatsächlich in der eigenen Organisation? Dann ist es auch so, dass nicht nur das schlecht umgesetzt wird oder schlecht gehandhabt wird, bei uns selbst auch, sondern natürlich auch bei den prekären Situationen, von denen wir auch schon gehört haben, obwohl das die Auswirkungen nachteilig sind, wo es von Diskriminierung, Benachteiligung von sogenannten Randgruppen bei Frauen, obwohl sie inzwischen die Mehrheit der Bevölkerung oder der Welt ausmachen, von Minderheiten gesprochen werden. Genauso sind aber auch Schutzlose wie Geflüchtete, Frauen, die oftmals traumatisiert sind, auch ohne Schutz, auch hier vor Ort. Und natürlich die Migrantinnen, die oft, wie wir auch gehört haben, in prekären Situationen sind, von Handeln, in bestimmten Milieus, arbeiten müssen und ausgebeutet werden. Die NGOs machen das, indem sie diese Themen zur Agenda haben, indem sie politische Lobbyarbeit machen, indem sie hoffentlich die Bevölkerung so mobilisieren können, durch gewisse Kampagnen ihre Forderungen durchsetzen können. Und im Kontext von G20 kann ich nur einen Appell ausrufen und sagen, dass die Staats- und Regierungschefs, wenn sie schon zusammenkommen, auch mehr investieren, mehr Investitionen geben, damit Frauen und Mädchen gefördert werden. Aber um das Vorherige noch mal einzubinden, was oft problematisch ist, auch in der NGO-Szene, finde ich selbst auch, dass Projekte, die Zielgruppe Frauen und Mädchen haben, was gut ist und richtig ist, weil die gestärkt, empowert werden sollen. Aber es wird selbst außer Acht gelassen, wenn wir dieses sozial inklusive Denken uns ja bei anderen wünschen, dass wir es selbst gar nicht beachten. Warum müssen wir Frauen in einem Boot holen? Ja, weil sie in vielen Ländern des globalen Südens die Treiber für Entwicklung sind. Das heißt, das sind die, die echt hart arbeiten müssen, die auch von sich aus keine Chance haben, weil sie überleben müssen und für ihre Kinder sorgen sollten. Aber wir selbst vergessen bei diesen Projekten Männer in den Fokus zu holen. Und ich bin eher froh, dass hier auch Männer, junge Menschen auch vertreten sind, die sich für diese Themen interessieren. Nicht, weil es ein Frauenthema ist, sondern weil es ein Gerechtigkeitsthema ist. Und in diesem Sinne der sozial inklusiven, nachhaltigen Wertvorstellungen, die wir uns alle wünschen, die Transformation, die UN sagt, jetzt machen wir das und dann fragen wir uns, wie? Dann hat die Zivilgesellschaft Möglichkeiten, Projekte zu initiieren und umzusetzen, aber damit etwas nachhaltig ist und das kam auch schon als Frage, es ist eine Bewusstseinsbildung. Also wir wollen in Bildung investieren, in Frauenprojekte, aber die Bewusstseinsbildung sollten wir doch auch anstreben bei uns allen. Ja, vielen Dank Frau Safo zur Rolle der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, einige Fragen zu diskutieren und hier sind auch schon einige gelandet. Ich fange mal an und zwar lautet die Frage, ein globales, bedingungsloses Grundeinkommen, was kann das für Frauen in Deutschland und anderen Ländern bedeuten? Wer fühlt sich angesprochen? Also die Fragen können auch jetzt an das gesamte Podium gehen. Das ist ja in diesen Zusammenhängen kommt das Thema ja immer wieder und ich glaube, das ist etwas, wozu man eigentlich ein gesondertes, auch da wieder ein gesondertes Podium so machen müsste. Aber ein Aspekt, den ich zumindest zum Nachdenken in die Runde geben will. Pauschale Lösungen sind quasi das Gießkannenprinzip für alle, das klingt erstmal verlockend, aber worüber nachzudenken ist, hilft das wirklich denjenigen in ihren jeweils unterschiedlichen und sehr individuellen Lebenslagen? Es ist schon nochmal drüber nachzudenken, also gerade für uns, wir sind drüber gestolpert, wenn die Arbeitgeber diejenigen sind, die sagen, das Grundeinkommen ist eine total tolle Idee. Finde ich, ist das ein guter Grund, mal skeptisch zu sein und genau hinzugucken, was haben die da eigentlich auf dem Plan und das Problem ist, dass wir nämlich auf der einen Seite dann die Arbeitgeber aus ihrer sozialen Verantwortung entlassen und gleichzeitig haben wir, glaube ich, tatsächlich nicht mehr soziale Gerechtigkeit, weil was machen wir mit den Leuten, wir haben ein einziges Grundeinkommen, das gilt für jemanden, der alleinstehend ist, genauso wie für eine Familie mit zwei Kindern. Ist das dann wirklich noch, genau, ja, jeder bekommt es und jedes Kind, aber wir müssen uns tatsächlich, glaube ich, und deswegen meine ich, das ist tatsächlich ein gesondertes Symposium mal wert, das genau auseinanderzuklamüsern, wem bringt das was, wo an welchen Stellen und ist das wirklich eine gerechte Angelegenheit? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, ja, ich weiß, es gibt da ganz viele gute Argumente und überzeugende, wir haben jetzt jede Menge Praxisbeispiele mit Ländern, die das ausprobieren und ich glaube, das muss man sich tatsächlich angucken. Ich finde das sehr schwierig zum jetzigen, Zeitpunkt ohne diese Probevarianten, das wirklich sorgfältig zu beurteilen und erst mal zu sagen, das ist auf jeden Fall toll, weil es gibt da eine Menge gute Gründe, genau hinzugucken und zumindest auch mal kritisch hinzugucken. Das, finde ich, wäre der richtige Weg. Ja, danke. Wir werden das Thema im Auge behalten. Jetzt ist hier eine weitere Frage. Glauben Sie, dass eine 50%-Quote die Lösung ist? Ich denke, dass wir hauptsächlich mehr Bildung und Problembewusstsein benötigen. Affirmative Action in den USA war auch nicht wirklich erfolgreich. Diese Frage geht an Frau Greischer und an auch alle anderen auf dem Podium. Also wenn die Forderung ist, 50% für die Frauen, heißt es ja nicht, dass da keine weiteren Forderungen ist. Bei den 50% Frauen gibt es erstmal uns in die Lage zu versetzen, mitentscheiden zu können in politischen Gremien. Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt nichts für die Bildung tun. Also die Frage, wir können, wir müssen, die Forderung ist nicht, wir machen das eine und lassen das andere. War das das, was Sie hören wollten? Also ich halte die paritätische Beteiligung wirklich für wichtig. Wir haben im Augenblick auch in Deutschland eine Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgericht und wir haben also auch bei den UN-Staaten durchaus Staaten, die 50% Quoten sozusagen haben. Aber eins möchte ich sagen, die Quote ist nur ein Instrument, sie ist kein Ziel. Wir wollen Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen und dazu brauchen wir viel mehr als Quoten und das finde ich, das sollte man auch wirklich dabei betonen. Die Quoten sind ja auch erst eingeführt worden und diskutiert worden, nachdem die Frauen als Frauengeneration, die am besten ausgebildete Frauengeneration waren. 69% der Studierenden in der EU sind Frauen inzwischen und trotzdem das zusätzliche Wissen, die zusätzliche Bildung hat nicht dazu geführt, dass sie gleichberechtigt in der Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft geworden sind. Von daher ist das schon richtig, dass man versucht, mit Quoten das zu machen. Das zeigt ja jetzt auch die neue Analyse, dass nur da die Firmen in ihren Aufsichtsräten aufgeräumt haben und Frauen reingesetzt haben, wo es eine verpflichtende Pfote gab, dort wo es eine freiwillige gab, ist das keinerlei Änderung eingetreten. Und das müssen wir auch wirklich berücksichtigen, wenn wir argumentieren. Aber niemals die Quote zu einem Ziel erklären und das ist keine Selbstbeweihräucherungsstrategie oder so. Das ist einfach eine notwendige Strategie, um tatsächlich die gleiche Teilhabe von Männern und Frauen durchzusetzen. Ja, ich meine auch, dass es kein Heilmittel ist, aber eine Methode, um diese Ungerechtigkeit, wenn wir jetzt sagen, in den SDGs geht es Nummer 5, es ist Reducing Inequalities, Gendergerechtigkeit in dem Bezug. Wir sind ja vor einer Situation, wo eher eine Hinderung, eine Hemmung von Minderheiten, Frauen in dem Fall, existiert. Das heißt, um diese Barriere erstmal überwinden zu können, um auf gleiche Augenhöhe zu kommen, braucht man diesen Push. Und ob das eine Quote ist, finde ich okay. Das heißt nicht, dass der Beste da landet, aber es landet immerhin jemand dort, der sonst nicht da wäre. Und von daher ist es legitim. Danke. Eine weitere Frage, die da vielleicht ganz gut anschließt. Wie könnte man es schaffen, dass Geschlechtergerechtigkeit stärker als soziale Frage begriffen wird und nicht nur als Angelegenheit von Frauen? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, also mit Sozial passt nicht ganz in dem Zusammenhang. Es ist uns ja bis dato aus irgendwelchen Gründen nicht gelungen, rüberzubringen an die männliche Bevölkerung, welche Vorteile es hat für sie, wenn Gleichberechtigung da ist. Und ich glaube, da müssen wir auch verstärkt ansetzen. Frau Kage hat es gesagt, wir sind junge Männer hier, wir leben es halt ihr auch. Es werden zunehmend Männer sehen, auch die Vorteile, wenn sie sich aus ihren männlichen Rollen lösen können. Ich denke, nicht umsonst, wenn wir uns angucken, ich habe ja vorhin so ein paar Highlights aus den Regierungen aufgezählt. Es sind erstaunlicherweise die jungen Männer, der Mann aus Kanada, der aus Frankreich, die sehr selbstverständlich und selbstbewusst vorangehen, um uns Frauen die Tür zu öffnen. Es sind leider mehr die älteren Männer, die nach wie vor Probleme haben mit der Gleichberechtigung. Wenn es uns gelingt, aufzuzeigen, was diese Welt für uns bedeutet, nämlich, dass 50 Prozent mitgenommen werden, ich glaube, dann wird es auch selbstverständlich, wir werden mehr Menschen finden, die mitmachen. Aber mir würde schon mal genügen, wenn manchmal 50 Prozent der Menschheit davon überzeugen können, wie wichtig ist Geschlechtergerechtigkeit. Das wäre schon auch ein Anfang. Sind ja nicht alle Seite an Seite zur Zeit mit uns unterwegs. Es gibt ja den schönen Spruch, den Männern die Hälfte der Erde und den Frauen die Hälfte des Himmels und wir haben das dann auf den Weltfrauenkonferenzen immer umgetreten und haben gesagt, den Frauen die Hälfte der Erde und den Männern die Hälfte des Himmels, sie wissen gar nicht, wie schön es da sein kann und es ist wirklich in den Diskussionen mit Männern sehr häufig so gewesen, dass sie das einfach die Schönheit nicht gesehen haben und es nicht eingesehen haben, dass etwas läuft. Ich habe immer die Hoffnung in Leitfiguren in Politik und Wirtschaft, dass sie sehen, dass sie Töchter haben und dass sie nicht möchten, dass ihren Töchtern das so schlecht geht, wie den Frauen, die sie heute schlecht behandeln und das wäre vielleicht also auch ein Weg, aber wir können ja nicht das in irgendeiner Weise gestalten, insofern müssen wir uns schon auch auf Überzeugung und politische Bildung, finde ich, also verlassen können und hier sind für mich die skandinavischen Staaten doch schon Vorbilder, denn sie haben immer den Weg gegangen, sind den Weg gegangen, nicht nur der öffentlichen Infrastruktur, die allen Menschen gut geholfen hat, sondern sie haben auch also ein Menschenbild, dass sie sagen, die Männer und Frauen gehen Seite an Seite, gemeinschaftlich und wir haben immer noch eine striktere Trennung von Männer- und Frauenwelten und vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir da noch weitere Schritte gehen können. Ich meine, dass man auf die Kompetenzen schauen sollte, wenn man Allianzen bildet, dann schaut man ja eher auf der, wenn man so Stakeholder-Analyse macht, wer hat welche Kompetenzen und am besten baut man sich ein Team auf, was nicht die gleichen, sondern andere Kompetenzen hat, ob es nun eine Frau ist oder jemand, der anderer kultureller Abstammung ist. Inzwischen wird das gelebt, das ist Realität, das Diversity-Potenziale mitbringt und Fähigkeiten, die man sonst nicht inne hätte und wenn wir etwas nachhaltig wollen, nachhaltig heißt ja langfristig, sollte man alle mitnehmen und alle mitnehmen wollen, damit man auch bei dem Ziel 16 Frieden eine Gesellschaft hat, die zusammen friedlich leben kann und die besteht ja aus allen Teilen. Gut, hier kommt noch ein Kommentar und eine Frage, ich denke, die ist interessant für das gesamte Podium und zwar die Systemfrage, die beide Panel-Teile verbindet. Im herrschenden System das Thema Wachstum bezieht sich nicht nur auf Kapital, sondern auf Geschlechtergerechtigkeit, auf Teilhabe und auf Bewahrung der Schöpfung. dafür einen politischen Druck erzeugen, wie geht das? Brauchen wir dafür einen neuen Mahatma Gandhi oder Martin Luther King und möglichst in weiblicher Form? Yes, we can, würde ich sagen. Aber es dauert. Das ist das Problem. Und von den unterschiedlichen Engagement Groups in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Monaten an die Bundesregierung als Präsidentschaft sind auch immer wieder die Forderungen gestellt worden, dass verbunden werden muss, die Frage der Gerechtigkeit und die Frage der nachhaltigen Entwicklung auf dem Planeten Erde mit dem Thema Transformation des Wirtschaftssystems. Und das heißt, das kann nicht nur in einem Adjektiv bestehen, dass man also von inklusivem Wachstum spricht oder von pro Großwachstum spricht. Es muss wirklich also eine Umkehr geben. Das wird nicht anders funktionieren. Nur sind die revolutionären Verhältnisse in den G20-Staaten nicht dafür geschaffen. Und ich tue mich immer ein bisschen schwer mit brauchen wir einen Messias oder nicht. Das hat aber, glaube ich, auch mit unserer deutschen Geschichte zu tun. Ich glaube, dass wir viel, viel wirkungsvoller sind, wenn ich mir auch dieses Podium angucke, wenn wir das gemeinsam tun. Wenn es nicht einer tut, der ein Held ist, sondern wenn wir tatsächlich mit jeweils unseren Organisationen, mit unseren Kräften, mit unserem jeweiligen Engagement, mit unseren Einflussmöglichkeiten, jeder von euch und jede von euch hat in ihrem Umfeld, in ihrem Arbeitsfeld, in ihrem Freundeskreis Möglichkeiten, was zu verändern und zu bewegen. Und ich glaube, das Wesentliche, und das ist ja auch das Tolle an diesem alternativen Gipfel, den wir jetzt hier erleben, es gibt das Bedürfnis danach. Jeder von uns tut etwas und verändert die Welt. Und das kriegen wir wegen dieser massiven Widerstände, die wir haben, tatsächlich ja nur gemeinsam hin. Da brauchen wir nicht eine einzige Person. Ich würde sagen, wir brauchen keine Person in Gestalt, aber wir brauchen Ideen. Und ohne Ideen kriege ich auch die Masse oder die Bevölkerung, die Interessierten, nicht mitgenommen. Das heißt, wir brauchen neue Ideen, die hoffentlich durch das neue Denken entstehen. Vielen Dank. Applaus I just want to speak to the theme. This is an alternative summit, meaning there are alternatives to the dominant, thinking, practice, and theory. And in that alternative reflection, we should also provide alternative action, work together, maybe we don't walk so fast, but let's hold hands and really work for this alternative. Because whether you are in Germany, you are in Kenya, or you are in India, people are crying for alternatives that affect life. And so together with ideas that can pull us together using the digital technology we have, we should be able to walk together. They will emerge leaders from those reflections, those groups, but let's work together. Let's remember, for the first time we have a world where everybody is paining, is affected for change, for transformation. And that's why we are here. Thank you. Thank you. Thank you. Ich wollte das nochmal von Frau Kager unterstützen. Ich denke, dass wir hier heute sitzen und ein Podium zum Thema Geschlechtergerechtigkeit machen. Das ist erstmalig und das ist auch der Anfang, in den richtigen Weg zu gehen. Ich war gestern mal unterwegs gewesen, habe geguckt, was draußen so ausliegt, da war bis auf einen Stand, war nicht das Thema Gendergerechtigkeit. Aber wenn W20 sich jetzt durchsetzt und wir anerkannt haben, dass wir auch eine eigene Peergroup und Pressuregroup kriegen und wir uns dann stärker vernetzen, also wir sehen ja hier die Repräsentanten, ich glaube, das ist genau der richtige Weg, den wir gehen müssen. Und mitnehmen, dieses Wiedererstarken der Frauenbewegung und auch erkennen, wir kriegen nichts geschenkt. Wir müssen aufpassen, dass wir Bewahrtes erhalten, damit wir weiterkommen können. Ich bin aus dem Grund noch immer irgendwie positiv gestimmt diesbezüglich. Danke. Ich wollte nochmal was zu den Engagementgroups sagen, auch gerade zu G20. Also es gibt ja zum Beispiel auch einen sehr breiten Outreach mittlerweile, es gibt sehr viele Untergruppen. Und diese Untergruppen, die Tatsache, es gibt die Business 20, es gibt die Labor 20, es gibt die Youth 20, es gibt die Civil 20, es gibt die Women 20. Und ich frage mich immer, ist das gut oder ist das weniger gut? Ich finde es einerseits gut, dass es eine bestimmte Interessensgruppe gibt, die insbesondere auch für Frauenrechte einsteht. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn wir über Civil 20 sprechen, dass das dann irgendwie so separiert ist. Dass ich dann das Gefühl habe, das ist etwas, was separat ist und was jetzt eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt bei anderen Themen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich überkommen müssen und wo wir sehen müssen, dass wir die Thematik viel stärker tatsächlich auch in andere Gruppen reintragen. Weil ich immer das Gefühl habe, das spielt da eigentlich eine untergeordnete Rolle und das ist ein Problem. Das ist kein Gefühl, das ist... Das ist so, ja, das glaube ich auch. Und was mich eben nochmal bewegt, das ist die Frage, wie kann man denn Männer dafür sensibilisieren. Also ich glaube sehr stark, dass das tatsächlich auch eine Generationenfrage ist. Also ich glaube schon, dass sich in jüngeren Generationen da was tut oder dass es auch einfach bestimmte Mechanismen gibt, die zu Erfahrungen führen, die die Sichtweisen verändern. Ich glaube zum Beispiel die Tatsache, oder um nur ein Beispiel zu nennen, ich glaube sowas wie die Elternzeit, dass man sagt, man hat eine Elternzeit oder man müsse das wahrscheinlich noch... Und ich glaube, das ist zum Beispiel in skandinavischen Ländern viel stärker nochmal ausgeprägt, dass es wirklich gleich ist, dass wirklich Väter und Mütter eine gleiche Anzahl von Betreuungszeit nehmen. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz, weil das führt dazu, dass sich Dinge verändern oder dass sich auch Sichtweisen verändern, dass sich Rollenbilder verändern. Also ich habe selbst die Erfahrung gemacht oder beziehungsweise fand es selbst einfach gut, dann eine andere Rolle zu haben oder diese Rolle wahrnehmen zu können. Und ich glaube, dass das aber bei vielen auch einfach über Anreize funktioniert. Und einmal ist es, glaube ich, diese Möglichkeit, dann diese Erfahrung zu haben, auch tatsächlich durch Vorgaben diese Erfahrung zu haben. Und manchmal ist es schlichtweg ja auch einfach, häufig wird es reduziert auf rationale, monetäre Fragen. Und gerade deswegen ist es ja so wichtig, tatsächlich für eine gerechte Lohnpolitik zu sorgen, damit in dieser Faktor, nämlich diese Frage von reinen monetären Sichtweisen oder einer reinen rationalen Sichtweise, okay, wie bekomme ich eigentlich innerhalb der Familie das meiste Geld zusammen, dass genau sowas wegfällt. Und das kriegen wir tatsächlich aber nur durch gesetzliche Vorgaben. Und deswegen ist es so wichtig, daran zu arbeiten. Das kann ich noch bestätigen. Das ist immer noch eine furchtbare Erkenntnis, aber tatsächlich das Bundesfrauenministerium hat in dem mindestens letzten Report, da habe ich es noch im Kopf, rausgefunden, dass die jungen Leute, also die heute Mitte 20-Jährigen, die bevor sie Kinder bekommen, total gleichberechtigt ihre Beziehung, ihre Partnerschaft führen, in dem Moment, wo die Kinder kommen, in das alte Geschlechtermodell zurückfallen. Und zwar wirklich zu 80 Prozent dieser jungen Leute, wenn die Familien gründen, ist die Frau diejenige, die zu Hause bleibt und der Mann ist derjenige, der wieder zur Arbeit geht, aus einem einzigen Grund, weil der Mann das Geld verdient. Und da müssen wir raus und da müssen wir eine ganz, ganz andere Einkommensgleichheit endlich hinbekommen, dass die Frauen nicht mehr unterbezahlt sind. Dazu brauchen wir dann aber auch andere Arbeitsplätze für Frauen. Also das geht nicht so weiter, dass die Frauen konzentriert sind in den schlecht bewerteten Arbeitsplätzen und dass eben das Tragen von Steinen mehr wert ist, als das Tragen von Menschen in Krankenhäusern oder Pflegestationen. Das ist die eine Sache. Also wir brauchen eine andere Bewertung von Arbeitsplätzen und wir brauchen auch also eine diversifizierte Berufswahl von Frauen. Auch das ist notwendig, dass sich das Berufswahlverhalten von Frauen ändert. Wir haben überall innerhalb der Europäischen Union ein sogenanntes pinkes Ghetto. Und das ist auch nicht von Vorteil, gerade nicht, wenn wir sehen, wie welche Entwicklung die Informations- und die digitale Gesellschaft gehen. Also ich denke, man muss beides haben, damit tatsächlich der gleiche Lohn, Vergleiche und gleichwertige Arbeit gezahlt werden kann. Und vor allen Dingen auch, dass es Möglichkeiten gibt für Frauen, eine Arbeit zu tun, die sie auch selbst befriedigt und die nicht nur dann die Arbeitsplätze nehmen müssen, bei denen sie tatsächlich, wo das Geld verdienen, nicht gekoppelt ist an eine bestimmte Arbeitsplatzzufriedenheit. Es wird immer andere Arbeitsplätze geben, das ist mir auch völlig klar. Aber wir sollten das wirklich anstreben. Und von daher bedauere ich das, dass wir also auf der europäischen Ebene auch noch nicht weitergekommen sind. Es wird immer das Problem benannt, aber es erfolgt nicht die Lösung. Und deswegen bin ich auch eben froh, dass wir zumindest den ersten Schritt jetzt in einigen Ländern haben in Bezug auf mehr Transparenz bei den Löhnen, die in den Betrieben gezahlt werden. Aber das ist nicht die Lösung, das ist nur der erste Schritt. Ja, ich habe hier noch einen Kommentar und auch eine Frage, die glaube ich sehr gut zu dem passt, was eben diskutiert wurde. Ich lese sie aber hier nochmal vor. Und zwar, mir fehlt das kämpferische Element und echte Veränderungsmöglichkeiten. Zu viel Bezug auf bestehende Institutionen oder Scheinbeteiligung. Die W20 ist kein Raum, um etwas Wichtiges zu verändern. Wir müssen die Strukturen schaffen. Wo nehmen Sie auf dem Podium in Ihrer Arbeit konkret die Möglichkeit wahr, mehr Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen? Zu viel Hoffnung auf G20. Wir sind gefragt. Männer und Frauen, die sich emanzipieren. Stimmt. Wieso nicht? Also mit diesem W20, das ist jetzt der Mega-Durchbruch. Aber wir als Frauen müssen jede Möglichkeit wahrnehmen, die sich uns bietet. Und der W20 ist eine Möglichkeit, dass in diesen Ländern Dinge vorangetrieben wird. Und unbesehen davon ist, glaube ich, jede, die auf dem Podium sitzen, sicherlich auch dadurch, dass sie hier sind, jede und jeder dabei, etwas zum Thema Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit zu tun. In meiner früheren Funktion habe ich ganz gezielt nur Frauen eingestellt, also gerade auch im Führungsbereich. Und habe versucht, die Beurteilungssysteme, alles, was damit zugehört, warum es Frauen unter Umständen schwieriger ist, voranzukommen, zu ändern. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, dass jede, wenn sie das entsprechende Bewusstsein hat, in ihren Möglichkeiten, was zu verändern. W20 alleine schafft es nicht, aber es ist eine Riesenmöglichkeit für uns. Und ich finde, bei den wenigen Möglichkeiten, die es uns bietet, sollten wir die wahrnehmen. Zum Thema kämpferisch. Also ich habe ganz klare Vorstellungen, was passiert, wenn wir mit G20 nicht weiterkommen. Das bedeutet viele auf die Straße. Das bedeutet eventuell über einen Frauenstreiktag nachzudenken. Oder wir müssen nachdenken, wenn die etablierten Parteien uns nicht weiterhelfen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine Frauenpartei zu gründen. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, was Frau lostreten kann. Ich denke, dass wir alle hier engagiert sind und in NGOs tätig sind. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Wir sind aber auch viele, die in Gewerkschaften tätig sind oder in politischen Parteien. Man muss jedes Gremium, jede Organisationsstruktur nutzen, um etwas voranzubringen für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Ich habe, als ich hier in Hamburg Vorsitzende von den sozialdemokratischen Frauen war, immer auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesetzt. Und ich habe immer auf die kostenlose Kinderbetreuung gesetzt. Und das hat 30 Jahre gedauert, bis das in Hamburg umgesetzt worden ist. Also, und das ist nur deswegen auch passiert, weil immer wieder das gefordert worden ist. Und das muss ich sagen, ist also wirklich absolut quälend. Aber es geht nicht anders ohne Hartnäckigkeit. Wir müssen bei den Themen bleiben. Und dann kann man auch versuchen, etwas zu erreichen. Und ich denke, wir haben zu oft als Frauenbewegung diejenigen im Bundestag oder so kritisiert, die kleine Schritte gehen wollten, weil wir wollten immer das große Ganze. Und jetzt sehen wir doch, dass wir mit der Quotierung in den Unternehmensaufsichtsräten ein kleines wenig Umdenken geschafft haben. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Schritt, dass also eine viel größere Zahl von Betrieben das umsetzen muss. Und dann geht es von den Aufsichtsräten zu den Vorständen. Das muss so der Weg sein. Aber für mich ist eben, wie gesagt, das Wichtigste, dieser gleiche Lohn für gleich und gleichwertige Arbeit und menschenwürdige Arbeit für Frauen und existenzsicherndes Einkommen für Frauen. Das sind für mich die wichtigsten Forderungen, für die wir eintreten müssen. Und das ist vollkommen unabhängig von G20. Wir müssen auch auf unsere eigenen nationalen Regierungen Einfluss nehmen. Und wir müssen sehen, dass wir uns solidarisieren. Die Frauengruppen, die Gewerkschaften, die Frauen in den Parlamenten. Das ist eben etwas, was heute nicht mehr so gut funktioniert. Es gab früher bessere Netzwerke, zwischen den Frauen, die in den Parlamenten waren und die außerhalb der Parlamente waren. Vielleicht braucht das eine neue Auflage. Ja, vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage, die ist etwas anders und bezieht sich auch auf ein anderes wichtiges Thema, das hier am Alternativgipfel behandelt wird, aber auch für die G20 auf der Agenda steht. Und zwar, welche Verbindungslinien sehen Sie zwischen Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit? Beides sind Querschnittsthemen, würde ich sagen, um einen, damit eben ganzheitlich gedacht werden muss, damit man nachhaltig handelt und wirkt. Das heißt, es muss in diesem Kreislauf das wahrgenommen werden, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert, insbesondere, wenn wir in die Länder des globalen Südens schauen. Wir haben gleichzeitig Äthiopien, eines des schnellsten wachsenden ökonomischen Staaten in Afrika. Gleichzeitig haben wir im östlichen Teil Dürre und nicht verwertbaren Boden, was die Agrarwirtschaft angeht. Andererseits gibt es Landgrapping auch von EU, Instrumenten und Konzernen, die dann in Äthiopien ja auch wieder gerade fehlende Biodiversität durchführen. Ich habe jetzt einen großen Bogen gezogen, aber ich wollte sagen, dass wir dann tatsächlich mit Vertreibung dann zu tun haben, mit Menschen, die dann auswandern müssen, erzwungenermaßen, die dann vielleicht junge Männer meistens betreffen. Das heißt, es bleiben nur Frauen und junge Mädchen in gewissen Dörfern, die dann wiederum die einzigen sind, die die Stabilität der Gesellschaft bedeuten. Also hat man keine andere Wahl, wenn man von nachhaltiger Entwicklung sprechen möchte in diesen Staaten, diese Frauen und Mädchen als Treiberin zu sehen und wahrzunehmen. Und dann gibt es ja konkrete Programme wie Economic Empowerment Programme, Kompetenz oder Leadership Programme, damit sie die Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen, eben größere Wirtschaften aufzubauen. Wenn wir jetzt nach Hamburg gucken, abgesehen davon, dass wir auch hier die soziale Schere, haben wir ja auch schon gehört, so weit auseinanderklappt, dass wir Frauen so benachteiligt sind, sind wir in einem Gebiet der Elbe und damit ganz unmittelbar mit Hochwasserthemen verbunden. Spätestens dann sollte man denken, dass wir nicht so weit weg von Klimaproblemen sind. Danke. Nächste noch. Sie hat gesagt, über Äthiopien. Ich würde gerne ein paar thoughtsen. One ist, dass You can't have gender justice without climate justice because we see dysfunctional communities, dislocated communities in terms of community coherence, not just because men are moving out, it is the able men, it is the elderly, the women, the children who are left moving around in search of livelihoods, and many of them are affected by poor health as a result. The production therefore also goes down. So you really have dying communities. I think if you look at the border of Kenya and Ethiopia, we have El Molo, who are almost extinct as a result of climate injustice. So that's one. And the second one I think that we really need to look at in terms of gender justice and climate justice is the heavy workload. The colonization of Africa, for example, left the woman with extra chores that were actually male chores. And that interruption in the division of labor and chores has never changed. And what climate injustice is doing is again adding into that process where the women increasingly now are left not just to fend, but to even take roles that are not necessarily theirs, both in the urban sectors as well and as the rural sectors. So we can't but really look at it in terms of the possible extinction of certain communities. And the first people to go, of course, are women, because there are no services, children. And it is a very critical nexus in terms of climate justice and gender justice. Thank you. Thank you. Thank you. Gut, ich habe hier noch eine Frage, die sich nochmal mit der Reform der G20 befasst und damit möchte ich dann auch schließen. Hier steht, Martin Schulz hat vor kurzem den guten Vorschlag gemacht, die G20 in den UN-Kontext in New York einzugliedern. Was meinen Sie, ist das ein erster Schritt zur Reform der G20 und könnte das ein erster konkreter Schritt sein von G20 und vielleicht UN, um gegen Ungleichheit und Geschlechtergerechtigkeit auch vorzugehen? Ich glaube, das war eine Veranstaltung in Berlin, wo er das angedeutet hat. Ich habe ihn so verstanden, dass er damit nicht meinte, die G20 einzugliedern, sondern dass sich die G20 stärker in den Dienst globaler Regeln stellen und stärker sozusagen das Gesamtwohl der Erde im Blick haben. Und das wäre natürlich der richtige Ansatz. Allein weiß ich nicht so genau, wie man sie da hinbringen kann. Es ist auf jeden Fall ein weiter Weg, der auf jeden Fall auch einen viel stärkeren Dialog tatsächlich mit anderen Ländergruppen auch nötig machen würde. Der nächste G20-Gipfel wird aber in Argentinien stattfinden, da bin ich also ganz sicher. Die Frage der Verzahnung von G20 und den Vereinten Nationen wird ja schon sehr lange diskutiert. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass man den ganzen Gipfel nach New York legt und ihn vor eine Vollversammlung der Vereinten Nationen abhält. Dann könnte auch unter Umständen der Druck auf die G20-Staaten größer werden, die UN-Agenda 2030 auch umzusetzen, weil sie da genau beäugt werden, was also ja an den anderen Konferenzorten nicht so ganz der Fall ist. Also von daher hat das einen gewissen Charme. Aber ob damit die Arbeit und die Einstellung der G20-Staaten sich ändert und damit auch die Politik, das wage ich eigentlich zu bezweifeln, muss ich sagen. G20 ist ein Format derjenigen, die Macht haben und zwar ökonomische und politische Macht. Und das, was wir also als Zivilgesellschaft immer einfordern mit mehr Transparenz und Rechenschaftspflichtigkeit, ist ja auch nur in Ansätzen vorhanden, weil die Zivilgesellschaft hat zwar Gespräche im Kanzleramt, aber wir kriegen nicht die Papiere, die verhandelt werden, mit. Wir stellen unsere Forderungen auf, die orientieren wir an den Themen der G20, aber das ist keine echte Partizipation der Zivilgesellschaft, wie wir sie verstehen würden. Und ob das bei einer Veränderung des Ortes sich verändern würde, das wage ich einfach zu bezweifeln, weil also die Staaten in ihren Regierungsformen so konzipiert sind, wie sie sind. Das muss dann, sagen wir mal, der eigene Staat, das eigene Staatsvolk muss es verändern, was die Regierungen an Formen des Zusammenarbeitens tatsächlich auf den Weg bringen. Die Zivilgesellschaft von dem Globalen Süden hat über eine Zeit für transparente, accountable globales Governance geschehen. Und ich frage mich, wenn wir nicht die Globalen Governance, die immer noch geöffnet sind, die UN-Sicherheit, die IMFs, die Weltbanken, wenn wir jetzt noch ein paar Worte bringen, eine Gruppe, die noch so forceful, so powerful sind, sind wir nur die Probleme verbunden, oder werden wir die Muscle, die tatsächlich negatieren, für die Transparenz, die Verantwortung, die Unterstützung der Zivilgesellschaften? Ich denke, das sollte für uns die kritische Frage sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht. Es ist ziemlich ein Job. Es ist ein schweres Job. Ja, vielen Dank. Die G20 wird uns also weiter begleiten und beschäftigen. Und zivilgesellschaftliches Engagement ist weiter notwendig und gefragt. Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei den Panelistinnen bedanken. Ich denke, das war eine sehr interessante, vielseitige Diskussion, die unser Thema Gleichheit, Ungleichheit überwinden und Geschlechtergerechtigkeit durchsetzen aus vielen Perspektiven beleuchten konnte. Danke auch an euch und sie ins Publikum. Ich hoffe, sie haben einige Anregungen und Einsichten mitgenommen. Ich wünsche noch einen guten Gipfel und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.